Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir sehr voll geworden sind. Das ist eine richtige Begeisterung. Wir haben heute zwei Vortragende. Einer werde ich sein und der andere ist der Franz, der wird dann gleich übernehmen. Wir haben wie immer unser WLAN eingeschaltet, das heißt Club-Computer und das Passwort ist Club-Computer, so wie Sie es auf der Folie sehen. Heute beschäftigen wir uns mit Outlook. Wir beschäftigen uns mit Outlook heute und am nächsten Club-Abend. Der heutige Club-Abend ist der linke Teil, das ist der Teil und der nächste Club-Abend ist der rechte Teil hier. Am nächsten Club-Abend beschäftigen wir uns mit teilweise mit Outlook und teilweise mit Spam-Bekämpfung. Heute beschäftigen wir uns nur mit Outlook und zwar beginnend mit, wenn es installiert ist und man startet es das erste Mal. Bevor wir damit beginnen, wird der Franz diesen Teil hier machen, der rot eingezeichnet ist. Er spricht über Protokolle, die Outlook unterstützt. Wir können für den Club nicht alle Protokolle unterstützen, aber wir haben den Franz, der uns das alles genau und näher erklären wird. So, ein Klick und der Franz ist dran. Danke. Bitteschön. So, wie geht's weiter? Ich druck drauf, wenn du was willst. Danke, bitte. Alles muss man zum ersten Mal machen, gell? Man wird geboren und man muss zum ersten Mal ein Mikrofon haben. Ist das okay so? Du, wir sollten einmal durchzählen, weil das sind mehr als 29 Leute. So, danke, siehst du, das erste Mal funktioniert nie. Bevor wir aber mit diesen komischen Protokollen beginnen, müssen wir über uns was sagen. Bitte. Ich habe in dieser Tabelle hier unsere letzten Veranstaltungen im letzten halben Jahr aufgetragen und da sieht man also ungefähr die Besuche. Wir sind jetzt bei 29 Angemeldeten. Ich glaube, wir halten uns ganz gut. Das heißt, wir versuchen etwas anzubieten und es wird auch angenommen und es freut uns sehr. Bitteschön. Nächstes. Wo ihr diese Dinge findet, über die wir heute sprechen. Das seht ihr hier. Das ist eines unserer Zentrallager. Das ist unsere Chronik. Bei der Chronik wird jeder Veranstaltungstag dokumentiert, sofern es Bilder gibt oder irgendwelche Unterlagen. Die Chronik ist nach Jahren geordnet und wir sind jetzt bei 2016 und derzeit sind nur Unterlagen drinnen. Aber es werden an dem Ort dann auch die Videos sein und eventuelle Bilder oder was wir immer über diesen heutigen Tag zu sagen haben. Bitte. Nächstes. Ja. Ja. Ja, danke. Gut, das kann er nicht. Muss er lernen. Oder ich brauche einen Platz, wo ich dich anstreuen kann. Dann muss ich mich begeistern. Die zweite Sache war... Nein, das geht nicht. Er braucht einen Hut mit Lampen aufs Gesicht. Der geht mit Akku, das finde ich schön. Wahnsinn, danke. Mich zieht es zu den Menschen, du siehst es. Aber du musst eh Platz machen für den Kölner. Für den Kölner, ja. Also breit doch jetzt stehen. Machen wir das. Bei einem der letzten Clubabende hat mich jemand angesprochen, ihr habt doch einmal das gemacht oder das gemacht, wo ist denn das? Habe ich gesagt, ja, muss ich jetzt nachdenken. Jetzt haben wir das ein bisschen systematisiert und wir haben in den letzten Tagen eine Webseite hergestellt, die heißt bureau.clubcomputer.at und auf dieser Seite finden sich alle unsere Aktivitäten, die uns heute so aufgefallen sind. Es sind ziemlich viele, also diese lange Leiste sind die Aktivitäten und da oben werden sie nach gewissen Teilbereichen strukturiert. Und zu jedem Menüpunkt, den man anwählt, gibt es da unten irgendeine Art Erklärung. Und da gibt es einen Punkt, der heißt Materialien. Das sind also alle unsere PDFs, Powerpoints und Videos und was weiß ich, die findet ihr da genauso. Also, in dieser neuen Webseite Büro. Und damit diese Webseite Büro auch wirklich richtig ist oder auch sich verbessert, findet sie auf eurem Platz einen Ausdruck davon, vier Seiten. Das sind genau die Inhalte, die auch auf der Webseite sind, mit Ausnahme der Bilder. Also dort sind nur die Texte zu finden. Und wir bitten euch, diese Seiten durchzusehen. Versteht man es? Versteht man es nicht? Und wenn man es nicht versteht, bitte zurückmelden. Dann können wir es bis zum Ende dieser Woche noch korrigieren und dann drucken wir es. Büro.clubcomputer.at So, noch etwas Erfreuliches. Heute in der Früh habe ich diesen Screenshot genommen. Die Seite wird euch nichts sagen. Sie heißt status.ccc.at Das ist der Gesundheitszustand unserer Geräte, der Hardware, der Infrastruktur. Und zwar beginnend bei den Leitungen, durch alle Server hindurch bis zu den Anwendungen. Und wenn hier lauter grüne Pfeile sind, dann ist das alles okay. Also dann sind wir nicht schuld, wenn etwas nicht funktioniert. Es kommt vor, dass manchmal etwas rot ist. Also wenn es rot ist, bedeutet, dass an dem Tag, also das sind lauter Tage, also das sind die Tage in der Vergangenheit. Und manchmal gibt es rote Ziffern. Das bedeutet, dass in dieser Zeit, das ist meistens nur ganz kurz, da wird irgendein Update eingespielt oder ein Patch. Oder jemand steckt ein Kabel um. Ja, kann auch sein. Dann gibt es so kurze Ausfallszeiten. Und hier sieht man die Erreichbarkeit während der letzten 30 Tage. Hoppala, bleib lieber dort vorn. Das ist also unser Status. Bitte kann jeder immer nachschauen. Wer also etwas im Web publiziert selber und es funktioniert einmal nicht. Der erste Blick immer hierher. Dazu muss man sagen, wie es heißt. Status.ccc.at Das nächste Problem, das immer wieder auftritt, ist, dass sich jemand nicht einloggen kann. Dazu muss man wissen, wie wir funktionieren. Jedes Mitglied bei Club Computer hat eine E-Mail-Adresse, die mit clubcomputer.at endet. Vorne ist meistens Vorname, Zuname. Wir erzeugen irgendein wildes Passwort. Und jedes Mitglied bekommt am Beginn seiner Mitgliedschaft sowohl die Adresse als auch das Passwort mitgeteilt. Aber wie es der Teufel haben will, nicht, man vergisst es halt dann. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen bei unserem Thema E-Mail. Wichtig wäre es, oder die optimale Lösung ist es, wenn jeder in seinem Kontenpool von Outlook oder Thunderbird oder was auch immer diese Adresse mit aufnimmt, dann bekommt er in dieses Konto alle unsere Mitteilungen, also zum Beispiel den Newsletter oder Rechnungen, Mahnungen, Dialoge, also wenn wir so etwas austauschen, das würde dann alles über dieses Konto abgewickelt. Wenn man also über den Club etwas wissen will, braucht man nur in dieses Konto schauen. Das ist die beste Lösung, die empfehlen wir. Nehmen wir an, jemand hätte das Passwort vergessen. Dann braucht er nur die Passwort vergessen Funktion aktivieren und er bekommt auf diese Adresse das Passwort zugeschickt. Super. Die zweitbeste Lösung ist, dass wir auf diese Adresse oder jeder selbst eine Weiterleitung schaltet, auf irgendeine andere Adresse. Geht A, ist aber nicht die beste Lösung. Ist eine Lösung, aber besser wäre es, diese Adresse in den Kontenpool mit aufzunehmen. Gut. Ja, der nächste Clubabend ist ausnahmsweise am Montag. Teufel. Am Donnerstag wäre nämlich ein Rapidspiel und das geht nicht. Teufel auch. Also nur, dass ihr es nicht vergesst, in 14 Tagen ist es nicht am Donnerstag, sondern am Montag. Geht schon. So, jetzt sind wir eigentlich erst beim Thema und ich habe mir gedacht, eine unserer Lieblingssendungen, der Kaiser, da beginnt es also mit einer Hymne. Und dann gibt es immer einen ähnlichen Dialog. Der Kaiser fragt immer, wer ist er? Er sieht ja am Ende nicht. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, er hätte die Augen verbunden, dann muss er natürlich fragen. Also er fragt und er muss jetzt ein gewisses Wording einhalten. Also er muss in der dritten Person, er muss sich also nennen, er muss höflich sein. Also es gibt gewisse Regeln, wenn man mit seiner Majestät, dem Kaiser Heinrich, spricht. Und der Ablauf ist eben etwas protokollarisches. Er sagt immer am Schluss, er darf sich jetzt zurückziehen, aber er muss auch ein bisschen brav sein. Also das ist ein Protokoll. Und genau um das geht es, wenn wir jetzt über Outlook sprechen. Und wie das Outlook mit seinen Partnern spricht. Mit den Partnern spricht Outlook auch über Protokolle. Geht schon? So. Outlook gehört ja zur Familie des Office. Und anders aber wie die anderen Programme, Word, Excel, PowerPoint und Access, die produzieren ja alle in der Datei. Und die Datei gibt man dann jemandem anderen weiter. Das ist bei Outlook nicht der Fall. Also ich meine, es gibt schon Hilfsdateien. Aber das sind nur Behelfe. Eigentlich kommuniziert Outlook mit der Außenwelt über Protokolle. Da gibt es also verschiedene Namen. Und Outlook braucht Protokolle. Und die anderen Programme von Office brauchen Dateitypen. Ja, das ist ein Unterschied. Deswegen steht beim Outlook das Protokoll so im Vordergrund. Geht schon? Ja. Die Daten, wo man seine Mails ablegt, die können jetzt schon, da kann man schon wählerisch sein. Also man kann sagen, mir ist das wurscht. Ich speichere alles bei Google. Ich muss gestehen, ich habe mehrere Jahre das konsumiert und genossen. Es hat wunderbar funktioniert. Aber man kann auch seine Daten in Europa stationieren. Das geht aber bei Microsoft nur dann, wenn man bezahlt. Also die Bezahlversionen von Office hosten die Daten in Europa. Bei den anderen weiß man es nicht. Es kann auch in den USA sein. Dann gibt es das Gmx, das wir kennen. Das ist in Deutschland zu Hause. Und Google Computer ist nur einer von vielen Anbietern in Österreich, wo man eben ziemlich sicher ist, dass die Daten da sind. Man kann sogar physikalisch hingehen. Also am Rennweg sind sie oder in der Pfalzau oder so irgendwie. Gut, geht schon? Ja. So eine Mailbox, die man jetzt irgendwo hat, entweder in den USA oder in Holland oder in Deutschland oder in Wien, die kommuniziert jetzt mit diesem Outlook über ein sogenanntes Protokoll. Aber wie wir wissen, kann man sich den Inhalt von jeder Mailbox immer auch über den Browser anschauen. Also praktisch jede Mailbox, die man hat, also Gmx oder eben Google oder Office.com, alle diese Mailboxen haben immer auch ein Interface, das man mit dem Browser bedienen kann. Aber ganz egal, ob man das mit Outlook oder mit dem Browser anschaut, man schaut immer in dieselbe Mailbox. Also wenn man unterwegs ist und man hat den PC zu Hause oder das ganze Büro, man möchte die Mails trotzdem sehen, dann ist eben der Browser der Gehilfe, der das schafft, auch in einem Internetcafé. Also das ist sozusagen diese zweite Sicht. Entweder mit dem Browser oder mit einem Protokoll. Geht schon? Jetzt habe ich nur so, jeder hat ja eine Mailbox, oder Mailbox, die meisten haben mehrere. Und ich habe nur versucht darzustellen, wie man da arbeiten kann. Also zum Beispiel, alle diese großen Anbieter haben einen Mechanismus, der es erlaubt, beliebig viele Mailboxen anzuschließen. Bei Google ist es so, da definiert man, da hast du eine Adresse bei Club Computer, dann hast du bei Gmx Adresse oder was weiß ich wo. Und man vereinigt alle diese Adressen beim Google und fragt eigentlich nur eine einzige Adresse ab. Nämlich die von Gmail. Die von Gmail, ja. Genau so. Das kann man mit dem Browser machen oder mit dem Handy, aber man kann das auch mit dem Outlook machen. Ganz egal. Also man hat aber nur eine Adresse zu verwalten. Das ist halt, sagen wir mal für einen Enduser, ein bisschen übersichtlich. Geht schon? In der Endzentrum, man kann auch abschicken mit den Bändenadressen. Das geht auch, ja. Das geht auch, stimmt. Man kann bei Google, wenn man sendet, sagen, mit welcher der Absenderadressen man abschickt. Funktioniert leider nicht bei jedem, aber egal, da muss man irgendwas konfigurieren. Geht, ja. Der Werner hat mich aber darauf hingewiesen, dass Google trotzdem immer hinten bei der Mail irgendwas Wichtiges dazu schreibt. Es freut mich, dass du über Google sendest oder so irgendwie, ja. Also diese Werbung bleibt leider nicht aus. Gut, geht schon? Ich bin schon unterwegs. Die zweite Möglichkeit ist die, dass man Weiterleitungen schaltet. Bei der ersten Möglichkeit ist Google der Aktive. Google greift auf die Mailboxen zu und holt den Inhalt von dort ab. Beim Weiterleitungsprinzip ist es so, die Mailbox kriegt eine Mail und schickt sie einfach irgendwo hin weiter. Ist anders. Anders als das, also das ist so ein Weiterleitungsprinzip. Schaut genauso aus wie das erste. Ich kriege die Mails auch so, aber die Art, wie man das konfiguriert, ist eine andere. Ja, also hier muss ich die, in diesen Mailboxen konfigurieren, dass ich eine Weiterleitung schalte. Bei Outlook ist das ein bisschen organisierter. Also, ja. So soll es halt sein. Wir haben Mailboxen. Beim Club habe ich eine, bei Gmx habe ich eine, bei Google habe ich eine. Und jede dieser Mailboxen ist ein Konto und jede dieser Mailboxen wird über irgendein Protokoll an Outlook angekoppelt. Ich habe hier, das muss nicht so sein. Es können vier Bob-Mailboxen sein oder es können vier IMAP-Mailboxen sein oder nur Exchange-Mailboxen, ganz egal. Jedenfalls, jedes dieser möglichen Protokolle steht zur Auswahl und ich muss halt das nehmen, was der Anbieter der Mailbox mir zur Verfügung stellt. Beispielsweise, Gmx bietet in der kostenlosen Variante nur das Bob-Protokoll an. Für das IMAP-Protokoll müsste man bezahlen. Auf der rechten Seite sieht man, dass bei einem Windows Phone Handy das auch so ähnlich funktioniert. Man hat hier auch alle Konten untereinander, hat aber, weil am Handy ist ja das Manipulieren dieser Konten nicht ganz so einfach, weil man hat ja nur eine kleine Benutzungsoberfläche und daher ist beim Handy das so, dass man diese Konten verbinden kann zu einem einheitlichen Konto. Ist sehr praktisch. Also ganz egal, wo eine Mail einlangt, ich sehe sie in einer kontinuierlichen Liste. Die sind nicht wirklich verbunden, sondern sie sind nur logisch verbunden. Geht schon. Ganz grob, ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Das Outlook ist eigentlich nicht ein homogenes Programm, das Mails verwaltet, sondern das Outlook verwaltet ja auch Kalender. Oder es verwaltet auch Kontakte und Gruppen und Aufgaben und Notizen. Und diese Sachen hängen eigentlich nicht so wirklich zusammen. Ein bisschen schon, weil wenn man einen Kontakt anwählt, kann man den in die Mail einfügen. Aber im Prinzip könnten das auch alles verschiedene Anwendungen sein, die aber nur aus Bequemlichkeit unter dem einen Namen Outlook zusammengefasst sind. Es ist einfach praktisch. Es geht ja Microsoft sogar in die Richtung von 19, das wieder aufzuspielen. Aber das hat bedienungstechnische Gründe, weil man das Outlook auf dem Handy ja nicht wirklich bedient. Ja, genau. Da gibt es ja drei Programme damit. Bei Outlook, man könnte auch sagen, dass das klassische Thunderbird, das war ein Mailer. Und dann gab es das Lightning, das war glaube ich ein Kalender und Aufgaben. Also man kann sagen, dass das Outlook eine Art Kombination aus Thunderbird und Lightning ist. Ungefähr halt. Vom Funktionsumfang her. Also das Thunderbird ist ein sehr bekanntes, kostenloses Programm. Währenddessen das Outlook ja immer kostenverursacht. Aber vielleicht ein bisschen Werbung sollte man schon auch machen. Ich verwende ja das Office 365. Und ich finde, das ist nicht nur preiswert, das ist super. Ich kann fünf PCs damit installieren um 99 Euro pro Jahr. Na bitte, das ist doch super. Also ich verwende nur das Outlook. Fällt mir. Gut. Was kommt jetzt noch? Kommt noch was? Ja. Jetzt die Protokolle im Einzelnen. Also zu diesen komischen Buchstaben. Erklären, du es gar nicht, das habe ich gar nicht gemacht. Das ist so hübsch, das SMTP, das merkt man sich einfach so als Ganzes. Das heißt, Simple Mail Transfer Protokoll. Aber so tut es niemand. Jeder sagt nur SMTP. Das SMTP ist jenes Protokoll, mit dem man sendet. Alle anderen, also, ja, diese beiden anderen, die dienen zum Empfangen der Mails. Das bedeutet, wenn man so ein Konto konfiguriert, braucht man immer beide. Man braucht immer etwas zum Senden, also das SMTP. Und man braucht immer eines von diesen beiden zum Empfangen. Mindestens. Wobei, das Bob-Protokoll, wenn man es vermeiden kann, sollte man das gar nicht in Erwägung ziehen, sondern man sollte immer das IMAP verwenden, weil wir ja alle wollen, dass wir unsere Mails auch am Handy lesen können. Und das Bob-Protokoll ist ein solches, das nur in der Lage ist, etwas abzuholen vom Sender. Es kann aber nichts auf den Server zurückspielen. Wenn man nur eine Arbeitsstation hat, ist das egal. Da könnte man sich alles auf den einen Rechner runterholen. Aber in der heutigen Zeit hat jeder ein Handy oder ein Tablet und so weiter. Und daher scheidet eigentlich das Bob als vernünftiges Protokoll für diese Arbeiten aus. Man sollte zumindest dieses IMAP haben. So, das da hier sind offene Standards. Die kann jeder benutzen, auch Google, Microsoft, alle. Das da unten ist aber eine Erfindung von Microsoft. Und die bedeutet, das ist schon sehr gescheit, die haben schon in der Anfangszeit dieser Mail-Geschichten erkannt, dass ja da ein Kalender dazugehört und Aufgaben und Kontakte. So ist es nicht so. Na bitte. Übrigens, keine Ergänzung, falls das wer wissen will. Das Protokoll heißt Eigenwirt-Packen, heißt Marken. MAPI. Das ist Exchange. Re-Application-Protokoll. Das ist Exchange-Protokoll. Ja, ich habe diese Bezeichnung genommen, weil sie, wenn man das Handy konfiguriert, sagt er das. Ja. Ja. Man hat gesagt, dass jahrelang das MAPI hat über so, eher so geschehen, da hat er nachgebracht. Nehmen wir einfach. Das ist noch gemacht, ja. Und jetzt wird es wieder ganz groß auf alle Kulieren draufgeschrieben. Ja, sehr schön. Wenn das geht, wenn man das kann, dann wären diese beiden Protokolle gegenüber dem anderen vorzuziehen, weil mit diesem Protokoll ja nicht nur die Mails, sondern auch die Kontakte und die Kalender synchronisiert werden. Ja. Also diese beiden können auch Kalender und Kontakte synchronisieren. Da wird uns der Werner sicher noch was dazu sagen, wie das geht, dass wir bei unseren Mailboxen dieses Active Sync verwenden. Das sagt euch der Werner da. Geht schon. Hier ist eine kleine, der Versuch einer Darstellung, wie sich diese Protokolle verhalten. Man sieht, dass das SMTP nur etwas sendet, das POP nur etwas empfängt und bezieht sich tatsächlich nur auf Mails. Das IMAP-Protokoll kann das in beiden Richtungen und es kann auch mehrere Ordner verwalten. Man kann also seine Mails nach Personen oder nach Sachgebieten ordnen und dann hat man eben mehrere Ordner. Das geht bei dem POP-Protokoll nicht. Bei dem EAS und Exchange sieht man, dass eben damit auch diese anderen Dienste für Kontakte und Gruppen mit dem abgedeckt werden. Da unten gibt es noch diese Bordnummern, die man manchmal beim Einstellen braucht. Gibt es noch was? Ja. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Brauchen tut es keiner, gell? So ist es. Aber ich wollte nur einen Eindruck davon geben, was diese zwei machen, das Outlook und der Server. die unterhalten sie auch. So wie der Kaiser vorher. Und das ist nur so ein Versuch. Das ist ein Telnet-Programm. Das habe ich mir um 1.50 downgeloadet. Hier bei dem Telnet-Programm stellt man einen Mail-Server ein. Also bei uns ist das mail.ccc.at. Dann stellt man einen Port ein. Das ist 110 für das IMAP-Protokoll. Und das war es eigentlich schon. Geht schon weiter. Das wollen wir also schnell überfliegen. So. Also das Bob war das. Egal. Es ist ja wurscht. Das Schwarze hier sagt der Server und das Weiße hier, das sage ich. Wenn ich diese Verbindung starte mit Connect, dann meldet sie sich mit Welcome. Also der Server meldet sich mit Welcome. haben. Ich weiß also, dass der Server da ist. Dann sage ich User, wer bin ich? Dann sagt der Okay. Dann sage ich, was ich für ein Passwort habe. Dann sagt der Okay. Und so weiter. Aber nur, wenn es passt. Nur, wenn es passt. Ja, dann gibt es ja eine Phänomen. Ja, genau. Und jetzt habe ich versucht, mit dem Kommando start abzufragen, wie viele Mails da sind. Also da sind 816 Mails drauf mit einer, sagen wir ja, nicht lesbaren Größe. Gut, groß. Groß. Und dann habe ich versucht, eine Mail herauszusuchen, die nicht gar so groß ist. Und bei der sechsten bin ich fündig geworden, die hat nur 3200 Zeichen. Also ich frage immer nur, liest 6? Und er sagt mir jetzt, das ist die Mail 6 und die hat 3000 Zeichen. Geht schon? Und jetzt sieht man, wie man diese Mail mit der Nummer 6 abruft. Kannst du schon. Man sagt einfach Retrieve 6, und dann kommt, dann sendet der Server diesen Text. Also hinter diesen komischen Zeichen Bob und IMAP und wie die alle heißen, verstecken sich eigentlich ganz einfache Vorgänge der Kommunikation auf der Zeichenebene. Das wird mit ganz normalen ASCII-Zeichen geschickt und empfangen. Ganz primitiv. Ja, das war's. Also das konnte ich mir nicht verkneifen. Das muss sein. Bitte. Ja. Jetzt ist die Frage, welcher Anbieter von Mail Diensten bietet welches Protokoll? Das Google Mail ist ja sehr verbreitet, aber da hört es beim IMAP auf. Also bis IMAP ja, Active Sync nein. Das heißt schon, wenn man zahlt. Also wenn man bei Google etwas hostet, was was kostet, also eine Homepage oder eine Firma oder irgendwas, dann bekommt man das, weil man halt ja bezahlt. Und da erfolgt ja offenbar eine Transferleistung von Google zu Microsoft. Ja, Microsoft ist der Erfinder des Protokolls und Google muss halt quasi was zahlen. Nehme ich an. Nein, müssen Sie was zahlen. Auch nix? Frei. Ist frei? Fürs Active Sync nicht. Fürs Exchange müssen Sie was zahlen. Ja, aber fürs Active Sync, dann verstehe ich nicht, warum Sie es nicht herschenken. Weil die Mailer nehmen, wenn Sie den Server haben, müssen wir zahlen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Google ich glaube es nämlich auch nicht. Das ist halt mit Größten. Also jedenfalls, er verlangt was, der Herr Google. Ja, bis zum Jahr 2013 war es frei übrigens. Bis zum Jahr 2013 hat es diesen Wettbewerb, also in diesem kämpferischen Sinne, nicht gegeben. Und seit ein paar Jahren ist das ein bisschen komisch. So, bei GMX fängt die Zollerei schon früher an. Dort gibt nur das Bob und das IMAP muss man dann bezahlen. Ja, das Outlook, das Outlook Desktop, das kann alles. Das ist ja nur ein, das kann alles, das ist ja ein Client. Interessant ist das Outlook.com. Das Outlook.com steht in seinen Fähigkeiten in Konkurrenz mit dem Google etwa. Das bietet eben auch einen Mail-Service an und es kann über das Google hinausgehend eben auch dieses ActiveSync ohne weitere Kosten. Also, wenn man sich mit dem Outlook.com verbindet und jeder, der einen Windows 10 oder Windows 8 Rechner hat, wird wahrscheinlich sein Microsoft-Konto haben. Das ist dann in den USA, oder? Ja, das ist dann in den USA. Ja, genau. Du weißt, das ist nicht so. Manchmal ist es in Europa und dann wieder nicht. Microsoft sagt, wenn man es neu anlegt, bei alten Konten ist eine andere Geschichte, das sind soziale Probleme, aber bei neuen Konten ist es so, wenn man das mit dem Registrieren meldet, dass man in Österreich, also in Europa ist, dann wird es auch in Europa gehostet, in Dublin ganz konkret. Und sich wo in Summe? Ohne Zahlen, ja. Was man halt immer hat, und das ist der Punkt, ist auch der Google und so weiter, wenn man klar ist, das hat, man zahlt die Faktion mit den Daten. Das heißt, wenn man sich die Datenschutzbestimmung in Dublin liest, beendet sich Microsoft vor, die Inhalte auszuwerten und so weiter, et cetera, und die Werbung, et cetera, zu verwenden. Also, ich habe mich hier davor zum Beispiel bei einem Werden-Partner weitergeleiten. Das ist bei der bezahlten Version nicht der Fall. Das heißt, bei der bezahlten Version kriegt man, zahlt man, also nur die Frage, ob die implizierte Zustimmung beim Verwenden dieses Dienstes mit der europäischen Datenschutzbestimmung und dann nur einstellen das ist, ne? Gut. Das ist ja das Problem. Ah, okay, das war's. Das war die Frage. Wir haben das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Das Outlook ist ein Programm für alles. In der neuen Windows 10 Version ist dieses Outlook in der kostenlosen Version aufgesplittet auf diese drei Teilprogramme. Das sind sehr hübsch, aber da sieht man auch schon diese Analogie zum Handy. Am Handy ist es ja genauso im Prinzip. Also, diese drei Funktionen findet man dann auf dem Windows 10 Handy genauso wie am Desktop. Und natürlich ist das Medinebel von unserem Flug das Beste, das ist ja logisch. Das kann das nämlich alles inklusive. Stimmt aber eben nicht ganz, weil dieses Active Sync, das haben wir nur deswegen, weil der Werner um ein paar hundert Euro diese Lizenzen gekauft hat. Und ein paar von uns konsumieren das kostenlos jetzt. Aber wenn wir das sozusagen generell weitergeben würden, müsste man irgendwas verlangen, aber wir wissen nicht, wie viel. Also nur zur Information, das EAS, wir können das, aber wenn jetzt alle EAS wollen, dann haben wir nicht genug Lizenzen, glaube ich, habe ich das richtig verstanden. Ja, so, gut. Diese, ja, das kommt der Zöder Georgi. Wir haben also hier unten unsere Clients und verbinden uns jetzt mit verschiedenen Mail-Servern. Wobei eben durch verschiedene Umstände haben wir, wenn wir uns vom Outlook mit dem Gmail verbinden, haben wir zwar alle Mails an Bord, aber wir haben keine Kalender und keine Kontakte. Blöderweise. Das gleiche gilt für GMX. Für Outlook nicht, für Outlook.com. Ist ja klar, ist dieselbe Firma, Die versuchen natürlich ihren Dienst gegenüber den anderen besser zu machen und das geht eben dadurch, dass das Outlook.com kostenlos das ActiveSync-Protokoll zulässt. Und dadurch gehen alle Kontakte und die Termine werden von dem Outlook.com bedient. Jetzt sind Sie immer auf die Gratis-Versionen. Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Gmail oder Gmail sind genauso bezahlt. Ja, ja, natürlich. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt. Bei Gmail ist es so, wenn man dort zahlt, also ich glaube, es genügt schon, wenn man den werbefreien Mail-Vertrag bezahlt, dann kriegt man das glaube ich schon. Bei Gmx kriegt man aber einen Kalender und Kontakte auf keinen Fall. Auf keinen Fall, ja. Gut. Ich glaube, das ist nur so eine Übersicht, damit man weiß, wo da Probleme auftauchen können. Haben wir noch was? Ja, das ist eine Übersicht über ein paar von meinen Konten da und ich habe die brav in Outlook alle implementiert. Der Georgi weiß, wie oft. Das lag aber nicht allein daran, dass das Outlook so schlecht ist, im Gegenteil, jetzt ist es ja ruhig, Gott sei Dank. Aber das lag an den vielen Experimenten, die ich damit gemacht habe und dadurch war das schon immer ganz übersichtlich. Also hier sieht man auch, welches Protokoll ich wo verwende. Active Sync und das Gmx geht eben leider nur mit Pop. Das geht nicht anders. Also wenn ich Kalender importiere, dann von diesen drei Quellen. Geht schon? So, ein Beispiel nur, das kommt sicher beim Georgi noch einmal vor. Ich sage es jetzt nur, eben was das ist, das ist die Einstellkonsole für das IMAP-Protokoll. Und jetzt bitte gleich weiter. Na, IMAP-Protokoll behandle ich nicht. Ja, das kann man dann da nachschauen. Ich wollte jetzt nur zeigen, auf der rechten Seite sieht man den Kalender von unserem Mail-Server. Da habe ich ein paar Termine eingetragen und auf der linken Seite sieht man den Kalender von Outlook. Das wird nicht darunter gespiegelt. Ja, wichtig. Wenn man das IMAP-Protokoll verwendet, gibt es keine verbundenen Kalender. Man hat natürlich einen Kalender lokal, aber der ist nicht am Server. Es steht sogar exklusiv da in Klammern nur dieser Computer. Genau, stimmt ja. Das haben Sie darauf hingewiesen. Ja, gut. Okay, nächstes. Und jetzt habe ich das Active-Sync-Protokoll aktiviert. Das ist eben möglich, weil der Werner diese Lizenzen gekauft hat. Und jetzt, was man da genau einstellen muss, kann man sich dann anschauen. Und beim nächsten sieht man jetzt genau das gleiche Bild. Geht schon? Jetzt sieht man hier wieder diese gleichen Termine und jetzt werden diese Termine hier hineingespiegelt. Und das bedeutet eben, dass dieses Active-Sync-Protokoll in der Lage ist, dass wir in Gruppen zusammenarbeiten. Wenn wir also zum Beispiel alle miteinander eine klubcomputer.at-Adresse haben, dann können wir unsere Kalender austauschen. Muss man nicht auf der großen Basis machen, man kann auch eine Domäne haben, eine eigene. Ich habe zum Beispiel viola.cc, benutze sie also nur zum Testen und ich tue meiner Frau Termine vorschreiben, damit ich sehe, dass das funktioniert. Sie benutzt es ja nicht. Du hast vorgezeichnet, dass du drei Spitz-Sync-Konten-Konten bist. Was passiert, wenn du da drei davon hast? Die schönen drei Kalender auf. Drei Kalender hast du dann? Das ist ja dann ein Teil noch frei. Du musst die drei haben, du hast einen Hauptkalender, bei den anderen hast du keine Kalender. Also dort, wo es um Kommunikation geht, dort definiert man den Kalender. Ich habe es mit Florian. Gemeinsam. Bitte. Kann der jetzt Kalender von zwei Usern wieder da sein? Nein, nein. Man kann nur den Kalender von dem User anschauen und ich glaube auch, das hängt... Ja, ja. Schon. Der User, der Partner gibt mir einen Kalender frei. Den kann ich jetzt neben meinem Kalender stehen haben oder ich kann sie auch übereinander legen. Damit sehe ich das besser. Was heißt jetzt zünden? Na... Wie schreien die User den gleichen Kalender und sie trotzdem was ein? Ja, das wäre ja... Ja, das geht schon. Aber das wäre ja... Dann müsste ich ja... Dann müsste sie ja das gleiche Konto haben wie ich. Ja, pass auf. Ich kann schon in ihr Konto was eintragen, wenn sie mir die Schreibrechte dazu gibt. Ich will einen Termin in einem Kalender in meinem eintragen und sie schreiben in ihrem Konto. Bitte. Da hätte ich einen Vorschlag. Wenn es Kontakt... also Termine gibt die mehrere betreffen sei es nur zwei dann erzeugt man einen neuen Kalender und dieser Kalender heißt Sie und ich. So, Norbert. Ja, bitte. Wie kann ich denn Sie und die Kalender aussehen? Sie sind beide in diesem Fall? Von Hans. Was sind? Nein. Der Punkt ist, diese Kalender sind immer personenbezogen. Leider. Nein, ich weiß nicht, ob es leider ist. Ich finde es prinzipiell eine gute Sache, weil die meisten Termine sind auch auf eine Person bezogen. Das heißt, entweder ich gehe wohin oder meine Frau geht wohin oder wir gehen gemeinsam wohin. Die drei Möglichkeiten gibt es oder es geht niemand da drin. Das ist am einfachsten. So, wenn wir jetzt gemeinsam wohin gehen, ich weiß nicht, diskussiere ich mit meinen Eltern auch immer. Dann ist es die beste Methode. Es hat jeder seinen getrennten Kalender, aber ich mache jetzt den Termin zum Beispiel aus, gehen wir ins Theater oder was auch immer wohin, trage das in meinem Kalender ein und man kann sogar die Besprechung erstellen, eine Besprechungsanfrage. Das heißt, man tragt dann den Partner dort ein, man lädt ihn quasi ein, der kriegt das per Mail und der sagt, akzeptiert mich, wahrscheinlich wieder akzeptieren, hoffentlich, akzeptiert und sobald er das akzeptiert, hat er das in seinem Kalender auch drinnen oder hier im Kalender. Wenn ich meinen Termin bei mir ändere, dann wird automatisch auch wieder eine Aktualisierungsanfrage beim anderen geschickt. Das ist die beste Methode, weil das eben auch auf die Handys geht, die Geschichte. Es steht ja in seinem eigenen Kalender, da hat das drinnen und so weiter. Das kann auch der andere absagen, ob die der Zeit nachdenken. Oder kann er einen anderen Termin vorschlagen. Oder kann er einen anderen Zeit soweit vorschlagen. Aber gibt es ein Bundeskalendermeldung? Ja, es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, also bei Exchange, erstens einmal kann ich zugängliche Kalender, da ist jetzt schon ein Vorgriff auf den nächsten Augen, man kann im Outlook anwenden und ich kann diese Kalender auch wiederum freigeben, sodass der andere das sieht. des Problems sind alles diese Geräte, auf denen geht das nicht, unterstützen alle nicht der zusätzliche Kalender. Soll ich hierher zeigen, die zusätzlichen Kalender? Geht das? Ja, ich jetzt. Ja, echt? Dann muss das richtige Programm geben. Okay. Genau. Ich kann es halt gerne her. Okay. Also gut, mit dem Zusatzstuhl steht, habe ich den Vorhaben. Könnt ihr euch dann unterhalten? Genau, aber Kalender sind nämlich das Thema vom nächsten Mal. Nächstes Mal, gut. Aber das schauen wir uns noch an, Amit. Ja, ich glaube, ja, kann es schon weitergehen? Das ist also, ich möchte jetzt gerne dann dem Georgi weitergeben, das sind nur Speicherorte, die ich herausgefunden habe, wo sich Outlook befindet auf dem PC. Es sind also vier Ordner, die ich entdeckt habe. Der erste Ort, Speicherort, ist für PSD-Dateien, für Personal Storage und die OST-Dateien, das ist nur ein Cache-Speicher und das Programm und Config-Dateien. das ist nicht so wichtig. Es fehlt allerdings was, in der Registry befinden sich die Profile. Aha, gut. Okay. Ja, und das, diese Folie dient auch eher zum Nachschauen, aber, Entschuldige. zu der Autopartei von Speicherort, wenn die Computer absteuert haben, und wenn die keine Sicherungen haben, dann ist die Autopartei weg. Und so empfehle ich, die Autopartei nicht auch standardmäßig, was er sagt, C, Autopla, Blabla zu installieren, sondern auch einen zweiten Laufheb, in der Regel D, und wenn der Computer wirklich komplett abstitzt, und ich muss nicht absetzen, dann überschreibt einmal an C, war meine Datei auf der Order, die ist immer noch unbeschädigt. Du meinst die PSD-Dateien, oder was? Meiner Erfahrung nach werden aber diese PSD-Dateien nicht angetastet bei einer Neuinstallation. Die bleiben. Wenn die Facebook verbunden sind. Achso, wenn die Facebook verbunden sind, ja, okay. Roman, bitte. Eine Erfahrung aus vielen, vielen Jahren Support, Autopla, und das hat sogar einer von Exchange Programmiert hin einmal gesagt, und von Autopla ich zitiere jetzt Englisch, PSDs Artikel, sprich sind des Teufels, also PSDs. PSDs neigen ab etwa einem Gigabyte Aufwärtsgröße, haben einen unbändigen Selbstzerstörungstrieb, ohne, dass der Computer oder sonst irgendwas abschließt, oder Fehler, würde ich mal sagen, es steigt mit jedem Byte, dass man in einer PSD-Datei jenseits von einem Gigabyte circa rein speichert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht, wenn man kaputt ist und alles weg ist. Und das ist jetzt, das muss ich wieder Wärmung machen für den Google-Computer, und was der Franz vorher gesagt hat, das ist auch der große Vorteil von diesem ActiveSync-Protokoll oder auch vom Exchange-Protokoll von MAPI, wenn man dann nur diese OSD-Datei lokal hat, und das ist im Prinzip eine Kopie dessen, was in ihrem Server gespeichert ist. Das heißt, sollte die OSD-Datei beschädigt werden, was übrigens genauso oft vorkommt wie bei den PSD-Dateien, dann lösche ich die Datei, dann ladet halt alles noch einmal runter, aber es ist alles noch am Server und es geht nichts verloren. Aber wenn man zum Beispiel regelmäßig archiviert, dann wird dieses Archivieren ja in eine PSD-Datei geschrieben. Ja, das redet Microsoft mittlerweile davon ab, ja. Aha. Was? Man soll nicht archivieren? Man soll nicht archivieren. Aber jetzt gehen wir nachher noch. Gut, okay. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende mit diesem Portfolio. Ja, wir sind jetzt am Ende von 112. Ja, Sie sagen schon mittlerweile bei einem neuen Aufleg wir sind 2007, glaube ich, aber die Parts ist etwas anders. So. Bis jetzt war das der amüsante Teil des Abends. Jetzt beginnt die Knochenarbeit. Ich möchte dazu sagen, dass das, was ich jetzt in der Folge bringe, das ist das Thema Mail, das Thema Profile und das Thema Datendateien. Diese drei Punkte kommen heute noch dran. Kontakte, Kalender, Aufgaben und Junkmail kommen das nächste Mal dran. Ich habe diesen Teil, der jetzt kommt, nicht so schön gemacht, wie das der Franz gemacht hat, mit schönem großen Text und farbig und Bildchen und so aufgelockert, sondern ich habe eine Bedienungsanleitung für bestimmte Dinge gemacht und die habe ich in Form von Screenshots gemacht. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr jetzt von der Clubcomputer-Homepage herunterladet, das, wo der Franz gesagt hat, Büro Clubcomputer.at unter Materialien zum Beispiel, findet man, das hat er so vorher erwähnt, findet man eine Datei, aber man findet sie auch auf Sie Clubcomputer.at. eine PDF-Datei über alles, über das gesamte Programm von heute Abend. Die muss ich allerdings noch herstellen, aber wenn ihr sie ab morgen herunterladen wollt, ist sie aktuell. Dort habt ihr dann die Screenshots, eine nach dem anderen drinnen und eine Bedienungsanleitung bei euch zu Hause. Wenn ihr es hier zum Beispiel auf der... hier nicht gut genug sehen könnt, dann kann ich... Dann kann ich hier eines machen. Da ist es... Das werde ich mal aufheben. So, dann kann man das größer machen und ihr seht hier unten zum Beispiel das, was ich euch zeigen möchte. Wenn man Outlook installiert hat, das dauert eine Zeit, und man startet das Programm das erste Mal, dann will das Programm unbedingt Konten anlegen. Ist auch verständlich, weil das Outlook ist ja dazu da, dass man zum Beispiel Mails transportiert und dazu braucht man Konten. Wir behandeln hier nicht die komplizierteren und bequemeren Fälle, wie es der Franz dargestellt hat, dass man Konten zusammensammelt bei Gmail oder ähnlichen mehr. Wir nehmen Outlook heran und verbinden das mit einem Gmx-Konto und wir verbinden es mit einem Club-Computer-Konto. Das sind die beiden Beispiele, die ich bringen werde, weil es ist sehr langweilig, wenn man das mit Mehrkontentypen macht und ihr schlauft es mir sonst ein und ich glaube, das ist nicht das Richtige. Wir können hier, schauen wir mal, da oben steht E-Mail-Konto und unten steht manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen. Ich rate davon ab, das automatisch einrichten zu lassen, das Pop-Konto oder auch das Active-Sync-Konto, weil die automatische Auflösung und Übertragung der Anmeldeinformationen funktioniert dann für ein nicht gesichertes Protokoll. Also ungesichert wollen wir nicht mehr und daher machen wir es zu Fuß. Das hat den Vorteil, dass Sie auch drinnen in den Folien die tatsächlichen Portnummern und Ähnliches drin stehen haben. Wir sagen also, wir möchten es gerne, jetzt nur Rückfrage, könnt ihr das lesen, was da steht oder ist das für euch eh unsichtbar? Ja, dann machen wir es so, jetzt kann man es lesen. Nein, es ist gleich groß, es hat sich jetzt gehen. Ah, das bleibt dort gleich groß am Bildschirm. Dann haben wir ein Pech, dann kann ich euch nicht helfen. Ich kann es größer machen. Ich wüsste nicht, wie das ändern soll. Aus der Luft, hast du gesagt, die wird jetzt mit der Luft und die was aktivieren. Ich verstehe dich nicht. Eine Luft gibt es, die man aktivieren könnte. Ja, aber die funktioniert auf meinem Bildschirm aber nicht dort. Das habe ich gerade gemacht. Wie ist uns vor? Ja, da steht... Wir wollen... Wenn es den Schirm als Copy von einem Screenbox, dann ist es zu größer... Du müsstest nur da herschauen, um zu sehen, was er selber draus macht. Sobald ich das Outlook starte, sagt er erweitern. Und dann habe ich zwei Screens und nichts geht mehr. Das ist Powerpoint. Ja, also wie gesagt, wir legen jetzt ein Konto mit Exchange Active Sync an. Server-Einstellungen. Ich meine, es hat nicht für Sinn, das alles vorzubeten. Du tragst den Namen ein, du tragst die E-Mail-Adresse ein, du tragst eas.clubcomputer.at ein und den Benutzernamen, der ist bei unserem Clubcomputer-Konto, zum Beispiel georgi.clubcomputer.at oder Franz F. Fiala at clubcomputer.at und wie sie alle heißen mögen. Und dazu unser Kennwort. Das Kennwort wollen wir speichern. Und wenn wir das gemacht haben, hat beim nächsten Bildschirm, den man sieht, muss man umdrehen und schauen, ob man den sieht. Ja, also gar so schlecht ist es eh nicht. Ja, in der ersten Bildschirm. Die anderen sollen die Földstecher nicht. Ja. Ob ich gucke, das war früher so. Die Folien kriegt ihr nicht zum Oberloch. Nein. Ihr kriegt, wenn ihr das PDF herunterladet, könnt ihr es genau auf eurem Bildschirm sehen. In Naturgröße kann man gut lesen. Mit Screenshots ist es leider so. Ich kann es nicht viel anders machen als abbilden. Wir sehen auf dem Bildchen jetzt, dass der Exchange ActiveSync E-Mail-Server bereits funktioniert hat. Der Austausch hat erfolgt. Es hat funktionierte Anmeldung. Und wir sind fertig damit. Als nächstes gleich, ohne dass wir noch viel mit Outlook herum tun, fügen wir ein zweites Konto hinzu. Man fährt bei Outlook auf, das zeige ich vielleicht am besten her. Man geht zur Datei. Konto hinzufügen und da beginnt diese Maske. Da tragt man ein, ihr Name, E-Mail-Adresse, Kennwort und so weiter. Ich briche das aber ab, weil ich möchte es aus dem Vortrag bringen. Entschuldigung, ich glaube, jetzt geht die Lupe, oder? Ja. Sag das, es geht nicht. Ja. So, ich sag wieder, ich möchte manuell konfigurieren und zusätzliche, oder zusätzliche Servertypen. Aber jetzt kann ich nicht weiterschalten, muss ich das dann nehmen. Ja, so. Ich sag dann Pop oder E-Mail-Adresse, weil es wird ein Gmx-Konto, brauche ich also Pop. Ich habe extra angelegt einen Bastel-User auf unserem Mail-In-A-Mail-Server, auf dem Gmx-Server, der heißt CC-User, CC-User at Gmx.at Eingetragen wird, ausgewählt wird Pop 3. Wichtig ist das, was ich bei Gmx-Informationen holt, oder dann hier in das PDF hineinschaut. Die Server heißen Pop Gmx-Net und Mail Gmx-Net. Interessanterweise heißt der SMTP-Server nicht SMTP-Gmx-Net, sondern Mail Gmx-Net. Ja, man muss es halt wissen. Ja, beim A-Holen ist das selber. Ja, das mag schon sein, wo es noch überall so ist. In der Regel ist es so, wenn Sie es bei einem konkreten Konto ausprobieren, machst du es falsch. Das ist das, was die Erfahrung zeigt. Und deswegen haben wir das hier aufgeschrieben. Ich gehe zu weiteren Einstellungen, die sind wichtig. Ich habe hier eingetragen, auch die Antwortadresse, das ist das, was ich rot eingefärbt habe. Die Antwortadresse, weil wenn ich eine Antwort bekomme von meinem Mail-Partner, dann hätte ich ja gerne vorgeschrieben, dass sie an mich zurückgeht. oder ich könnte auch eine andere E-Mail-Adresse eintragen, wenn ich woanders hin die Antwort haben möchte. Also das kann man ruhig ausfüllen. Ich fülle das nie aus. Bitte? Das geht aber an der Masse. Wenn man es nicht an, geht es auch. Geht es auch. Ja, ich habe es gewohnheitsmäßig, trage es ein, um ihm keine Freiheiten zu lassen. Für den Post-Ausgangs-Server muss man angeben, er erfordert Authentifizierung und die gleichen Einstellungen wie für den Post-Eingang-Server. Das ist echt fad, wenn ich das vorlese. Ihr habt das Bild da stehen, ihr müsst es nur gleich machen. Die Frage ist, wann mache ich ein Gesichertes und wann der es nicht macht? Wann musst du was? Das Anklicken Gesicherte Kennwort Authentifizierung. Bei GMX. Das ist ein Konto auf GMX und bei GMX wollen wir mit einer sicheren Verbindung haben. Aber bei manchen geht es gar nicht. Der muss. Also bei heute relevanten Mail-Diensten geht es immer. Also warum sollte man ganz kurz, warum sollte man nicht Nicht-Gesichert verwenden? Also warum sollte man immer Nicht-Gesichert verwenden? Wenn ihr irgendwo in einer McDonald's-Zeit oder ein öffentliches WLAN dort verwendet, dann kann jeder, der da gleich sitzt, das Kennwort mitlesen. Und das passiert auch. Das wird so, sobald ihr ein Handy verwendet, um eure Mail aufzufragen und irgendwie öffentliche WLAN-Obsports-Guides muss man unbedingt gesichert werden. Mitlesen meinst du jetzt aber nicht draufschauen, sondern elektronisch mitlesen? Elektronisch mitlesen. Das heißt, irgendjemand, der Nachbarn kann das auslesen, wenn ihr euch in einem WLAN-Obsport anlebt. Wo gibt? In ganzem WLAN. Da gibt es sogar Google-C-C-E installiert, das jetzt mit McDonald's und diese den ganzen Tag mehr Passwörter mit und hat dann mehr Passwörter. Die Zwitterweine im Schwarzmarkt, im Dark Knight gibt es das als Device, sogar als Appliance, wo man das einfach nur er braucht das nur hinlegen, konfiguriert das in einem Browser und der vergisst das mit dem Tisch irgendwo. Und am Ende des Tages holt der das wieder ab und hat tausende Kinder da drauf. Ja, aber das das Dark Knight ist ja etwas, was wir braven Leute ja gar nicht kennen. Ja, klar. Das kennt man trotzdem Kontakt. Ja, genau. Das ist der Punkt. Wenn du deinen Gegner kennst, dann... Genau. Verschlüsselt man die Verbindung. Richtig. Deswegen habe ich gesagt, wir wollen es nicht automatisch machen lassen, weil die ganze Prozedur, die wir hier jetzt mit der Hand machen, könnte das Outlook ja automatisch abwickeln. Aber da ist es nicht eingestellt auf eine verschlüsselte Verbindung, gesicherte Verbindung, sondern auf eine unverschlüsselte, ungesicherte Verbindung. Und verwendet das Bord 25 und 110 und was weiß der Kuckuck alles und das ist das, was der Werner gesagt hat, dann kann jeder mitlesen. Wir... Leider kann ich das rechte Ding nicht groß zeigen, erlaubt mir nicht weiter rüber zu fahren, warum weiß ich nicht. Ist eben so. Da sind die... Die Boards sind besonders einzutragen, 995 und 587 und TLS. Also das ist wichtig, dass ihr nachher das haltet, was da drinnen steht. Jetzt, wenn man durchgekommen ist, bis jetzt, kann man die Einstellungen testen. Da gibt es in dem Fenster gibt es einen Button, wo draufsteht, Kontoeinstellungen testen. Daraufhin schickt das Ding eine Mail an sich selbst über den Server und man sieht im Rechten, das glaube ich kann man... Das geht so gerade noch aus. Beim Posteingang Server anmelden, POP3 hat ein Hackerl gekriegt und Testnachricht senden hat ein Hackerl gekriegt. Das heißt, der hat ausgetestet, ob die Mailkommunikation funktioniert. Es klappt und das war es auch schon. Da hier ist die Kontoeinstellungen testen. Also das Stickel war das gerade. Wenn wir jetzt auf Weiter gehen, testet das noch einmal, aber das habe ich nicht aufgezeichnet und wir sind fertig. Outlook fragt die Postfächer in zyklischen Intervallen ab und jetzt nach dem ersten Mal abfragen sieht man hier die Statusinformationen. Ich habe Georgie Club Computer die Nachrichten senden und empfangen durchgeführt. CC User Nachrichten senden und Nachrichten empfangen. Das sind zwei Jobs gewesen und was wir hier noch nicht erklärt haben, aber da ich schon installiert habe, hatte, wie ich den Screenshot gemacht habe, sind die Internetkalender Abonnements schon erinnern. Die kommen erst nächsten Groupabend zum Sprechen. Kurze Frage. Beim Bob 3 ist es so, dass er automatisch die E-Mails vom Server löscht, so wie es die Fold eingestellt war. Früher das kann man einstellen. Das kann man einstellen? Ja, aber beim ersten Mal einstellen macht er automatisch einen Abruf und da sind sie am Server alle weg. Richtig, so ist es. Nein, da sind sie nicht weg. Da sind sie oben. Auf das erste Mal kann man das ja, aber wenn es nichts einstellt, dann der Fold ist, es bleibt oben. Ja, du brauchst ja nicht, du brauchst den, wenn du ganz, wenn du... Da muss man aufpassen, dass man das nicht übergeht, ne? Nein, es steht eh da drinnen. Ich habe zum Beispiel eingestellt, vom Server nach 14 Tagen entfernen. Damit kann ich also insbesondere mit zwei Rechnern Pop-Konten längere Zeit abfragen. Ja, aber meine Frage war, ist das so Default oder hast du das... Das habe ich so eingestellt, das ist nicht Default. Das ist nicht Default. Ja, du hast mich... Und deswegen meine über den Punkt darf man dann nicht drüber gehen, weil sonst sind sie vom Server nicht. Nein, das ist ja ein wichtiger Punkt, den habe ich vorher übersehen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man das angibt, wenn man von zwei Rechnern das Pop-Konto abfragen möchte. Also zum Beispiel ein Rechner, ein Handy. Zum Beispiel, ja. Man braucht sie überhaupt nie löschen. Dann werden sie automatisch gelöscht, wenn sie ja bestimmte vom Mail-Provider, also von dem Mail-Dienst-Provider spezifizierte... Nein, du kriegst die Meldung und schickst die Meldung und schickst die Meldung. Schickst die Meldung. Es gibt verschiedene. Bei Gmx kriegst du eine Meldung. Nein, der Mail-Gelter nicht mehr zum Beispiel. Ja. Dann schreibt, dass das voll ist, das Post-Provider. Richtig. Beim AON zum Beispiel, wenn es voll ist, kriegt der eine Fehlermeldung, der App-Sender, dass der Speicher exited ist. Du kriegst eine Meldung. Nein, du kriegst keine Meldung. Also, wenn du als Empfänger kriegst gar nichts, wenn die Mail-Box so voll ist. Ein Beispiel. Nein. Sondern die kriegst du automatisch beim Senden. Beim Gmx kriegst du das. Beim Gmx kriegst du das. Beim Gmx kriegst du die Meldung. Das machen die Provider unterschiedlich. Es gibt noch andere Aspekte bei Prop, warum man die Meldung wirklich nicht am Server in großem Stil halten sollte. Und das ist ein Widerbegriff für die Smartphones. Wie der Franz vorher sehr schön erklärt hat, wie das POP-Protokoll funktioniert. Ist es so, dass wenn ich zum Beispiel 200 Meldung im Posteingang habe, dann muss das Handy jedes Mal beim POP-Abfragen jedes einzelne Mail, auch das ich schon heruntersynchronisiert habe, trotzdem noch einmal abrufen und zu schauen, ob das eh noch das Gleiche ist. So. Das kostet erstens Datenvolumen und zwar ziemlich viel, wenn man das regelmäßig abschneidet. Und was noch viel wichtiger ist, weil die meisten sagen, ja nicht genug Datenvolumen, aber Akku kostet das enorm viel. Das heißt, wenn man so ein POP-Mail Post fährt mit 200 Meldungen in der Inbox, mit dem Handy ständig synchronisiert, dann ist gut 20% Akkuleistung pro Tag, wenn man alle drei Stunden synchronisiert. Danke, das ist ein guter Input, weil jetzt, ich glaube, ich habe auch die 200 herumliegen. Das betrifft übrigens auch 1 mit 4, nur bei 1 mit 4 kann man es leichter händeln, wenn man dann einfach zu den Händen aus dem Post-Engel rausschirbt. Rausschirbt, ja. Ich habe eine kurze Frage, zu Wort zu sagen, ich bestehe, das ist schon bei Oberklasse hoch. Das betrifft ja immer mehr. Das heißt, wenn ich 200 Uhr habe, dann ist man das nur genau einmal synchronisiert, und dann, wo alle nachfolgen wollen. Ja, das geht aber im POP leider nicht anders. So, jetzt sehen wir das erste Mal unser Outlook. Auf der linken Seite sehen wir das georgie-at-club-computer.at-Konto mit dem Posteingang entwürfen gesendete Elemente und etc. immer mehr. Und ganz unten sieht man den cc-user-at-gmx.at. Leider funktioniert die Lupe in der Auflösung nicht so, wie ich das gerne hätte, dass ich bis an den Rand fahren kann. Aber man sieht, das zweite Konto ist auch da. Wenn man keinen Posteingang selbst selektiert hat, dann sieht man hier die Ansicht, die heißt heute. Da sieht man dann, heute gibt es einen bestimmten Termin um 18 Uhr und es gibt, was weiß ich, am Mittwoch die zwei Termine und es gibt ein paar Tasks, Aufgaben, die Mehlenebel was testen, was anders getestet ist fertig und es gibt Nachrichten, wie viele im Posteingang, also eine Übersichtsdarstellung. Wir wollen eine neue Mail verfassen, weil das ist ja eigentlich der Witz der Sache, weil wenn man keine schreiben will, braucht man das ganze Outlook nicht wahrscheinlich. Man sagt, hier links sieht man wiederum, neue Mail, da klickt man drauf und dann kommt dieses Formular und wenn man neu anfängt mit Outlook, dann ist im sogenannten Cache noch keine E-Mail-Adresse drin gespeichert. Das heißt, wenn ich hier anfange bei von etwas zu schreiben, dann hilft mir das Programm dabei nicht. Es ist also gescheiter, ich klicke auf das von drauf und gehe ins Adressbuch. Im Adressbuch kann ich mir dann zum Beispiel den Franz Fiora aussuchen und um ihn dann auch hier in das Von-Field zu bekommen, Entschuldige, in das Anfeld zu bekommen, muss ich da unten auf Anklicken. Also, das geht sich wieder nicht aus mit der Lupe. Also ins Anfeld, dann kommt der Fiora da herein und dann kann ich auf OK drücken. Also, das ist ein wichtiger Punkt und sobald ich den das erste Mal ausgewählt habe und an ihn schreibe, ist das Ding im Cache und ich brauche dann das nächste Mal nur ein F drucken und der Franz Fiora at Clubcomputer.at ist schon da. Es gibt Hilfsprogramme, die man sich im Internet besorgen kann, wo man das Cache manipulieren kann oder den Cache. Wie heißt es? Der oder das? Das ist meine Frau fragen. Okay, die ist leider nicht da. Also im Cache sind die Dinge drinnen und manipulieren kann man das nur mit Hilfsprogrammen, wenn man das will. Ich habe das bis jetzt nie gemacht und nicht gebraucht. Löschen kann man. Löschen kann man. Aber das hat nur dann einen Sinn, wenn die Sachen, die drin sind, falsch sind. Ja, das kommt oft vor. Und wie lösche ich das? Wenn es vorgeschlagen wird, einfach mit der Maus und Körser runter und dann entfernen, dass der Turm dann ist gelöscht. Ja, aber das ist ja wieder draußen. Nein, ich zeig das. Das ist im Cache löschen. Genau das. Ich zeig das. Ich zeig das. Neue Mail. Und dann fange ich da an mit F. Und der Franz Führer ist schon da und da hinten ist der Ixl. Ach so. Und mit dem Ixl kannst löschen. Ach so. Oder mit der Entfernen-Taste. Ja, geht auch. Aber ich sage einmal, mit dem Ixl fühle ich mich wohl, weil der weiß nicht genau, was gemeint ist. Ja, aber ich glaube, ich habe eine alte Version, da ist der Ixl da nicht dabei. Ja, dann würde ich einmal vorschlagen, relativ neueres Outlook zu besorgen. Ja, kommt schon. Hast du noch Windows XP? 6? Nicht? 7. Wow. Toll. Aber, glaube ich, Outlooks 7. Ja? Ich hätte zwei Fragen. Ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn ich eine Mailadresse habe, die genauso heißt wie eine Gruppe im Outlook, also in den Kontakt einer Gruppe, dann kann ich die Gruppe nicht mehr wählen, weil dann hat man immer die Adresse vorgelegt, aber nicht die Gruppe. Gibt es da eine Möglichkeit, eine Abliste zu wählen? Natürlich, nenn es nicht so. Ich halte es für extrem sinnvoll, solche Mismatches zu vermeiden, von vornherein. Also, wenn man schon, wenn man darauf abstellt, dass man gerne eine Mailadresse oder eine Gruppenbezeichnung gleich haben möchte, das ist irgendwie abwegig, habe ich das Gefühl. Wie soll das eindeutig identifizierbar sein? Indem, dass ich Gruppe dafür schaue. Also, ich bin, ich bin sicher, durch geeignete Benennung lasse ich das Problem vermeiden. Also, ich habe zum Beispiel ein Chor. Dieser Chor heißt Vokalistix. Das heißt die Mailadresse von Chor, Chor at Vokalistix.at. Ja. Jetzt habe ich natürlich eine Gruppe, die heißt Vokalistix, wo die Mitglieder der Gruppe drin sind. Ja. Ich habe keine Chance, mehr die Gruppe auszurechten. Oh ja, wenn man aus Anfeld klickt und dann aus dem Kontakt geht das schon. Ja, und da ist eben jetzt auch die zweite Frage, ich kriege angeknüpft, wenn ich ins Anfeld klicke, nur meine Kontakte. Bekomme ich auch irgendwelche verrechtgebenden Kontakte, weil ja die Chor in Vokalistix nicht wirklich meine Mailadresse ist. Wir sind am Vorgriff, aber in zwei Wochen kommt das Thema. Ja, es geht. Also, wenn ich auf das Anfeld draufklicke, bekomme ich das Adressbuch. Und solange ich das im Adressbuch etwas selektiere, dann gibt es aber keine Gruppen. Aber ich kann Gruppen definieren, ne? Ja, das kannst du schon. Und was ist dann beim Anfeld oder wie kommt das dann da rein? Roman, wie ist das? Scheinen die, ich habe keine Gruppen in meinem Adressbuch. Scheinen die Gruppen im Adressbuch auf? Ja, scheinen auch. Erkenne ich, dass es eine Gruppe ist? Ja, das hat ein anderes Icon. Ja, das sind zwei Maßnahmen. Zwei statt einer. Statt einem Maxim. Außer dem steht hinter London von E-Mailadress. Ja, gut. Also, eine Erfahrung, das kann ich schon so jetzt heute sagen, wenn es nächste Woche, wenn ich das eigentlich im Strinke abdecke, oder immer nächste Woche, ich persönlich bin kein wahnsinniger Freund von diesen Kontaktgruppen, ich habe eine relativ schlechte Erfahrung damit gemacht. Das Problem von diesen Outlook-Kontakt-Gruppen ist, man denkt sich, na gut, ich lade einmal, ich lege meine Outlook-Kontakte an, ja, und dann schmeiße ich die Kontakte in eine Gruppe, um sie weiter zu adressieren. Und dann kommt irgendwer daher und ändert seine E-Mail-Adresse. Und das kommt häufiger vor, als man sich als einem lieb ist. Und man ändert den Kontakt. Und was einem nicht bewusst ist, ja, Outlook ändert nicht automatisch die E-Mail-Adresse in der Kontaktgruppe, sondern muss dann in die Kontaktgruppe reingehen, den Kontakt rauslöschen, wieder reintun, und dann geht es halt wieder. Also es ist mühsam. Es ist mühsam. Aber wenn ich jetzt immer in der Gruppe fünf oder sechs Leute habe, dann muss ich es alle einzeln sozusagen da hineinschauen. Ja, allerdings die Wien vom letzten Mal. Naja, das ist nicht. Das macht dann Sinn, so geht es in meiner Firma mit der Abteilung zusammenfasst, wo sich die Domäne nicht ändert und wo jeder von der Firma eine E-Mail-Adresse zu verfolgen hat. Ja, aber dann geht es ja über Active Directory. Genau. Also man kann auf den, genau, die Geschichte ist, wenn man halt den Action-Server und so weiter, kann man das ja mit Administrator, beziehungsweise bei einer moderneren Version, dann kann man das teilweise sogar schon selber machen, dass der dann so einen entsprechenden Verteiler-Serverseitig anlegt. Und dann geht das irgendwie gut. Das geht auch bei manchen E-Mail-Providern. Ich glaube, bei Gmx geht das auch. Ja, sogar, dass man serverseitig an Verteiler anlegt. Ja, in der CCC geht es nicht. Ja, ja. In der CCC geht es nicht. Tun wir weiter. So, wir haben also eine E-Mail soweit neu verfasst, dass also der Franz Vierler im Anfeld steht. Wir haben in Betreffers hineingeschrieben und auch irgendeinen Blabla-Text im Body. Und wenn man auch ein BCC-Field braucht, muss man es unter Optionen freischalten. Also, wenn ich hier nicht nur an und CC haben möchte, dann muss ich da hier unter... Da brauchst du nur drauf drücken. Du brauchst nur auf CC und dann hast du unten alle drei. Da hast du jetzt nicht mehr alle drei. Da hast du jetzt BCC-Field. Schon. Und wenn ich da drauf drücke, dann habe ich es hier... Nein, du musst nur einer rein drücken. Du musst nur einer rein drücken. Du musst nur einer rein drücken. Dann ist er auf CC-Field. Und dann auf CC-Field drücken. Ja, aber du kannst das ja oben auch aktivieren. Und jetzt habe ich das BCC-Field bekommen, wenn ich es wieder loswerden will. Nein, und ich schicke immer in den Auto. Ja, okay, gut. Also, das ist auch die Möglichkeit... Aber es gibt... Möglichkeiten unter Optionen das BCC-Field ein- und wegzuschalten. Und das wollte ich eigentlich sagen. Ja? Das ist gut schön. Aber das Problem ist ja, wenn du den alten Brütschel mit irgendeinem Ding sorgfühlt und den Text ziehst du... Ja, dann lasst das BCC-Field weg. Ja, dann wird ja auch kein Ausbrechen. Ja, also wie auch immer. Das geht auch mit dem Rechts. Ja, mit dem Rechts. So, wir haben das geschrieben. Das BCC-Field habe ich erwähnt. Ja, und noch was ist bei den Optionen. Lesebestätigung anfordern gibt es unter Optionen. Falls ich haben möchte, dass ich eine Lesebestätigung bekomme, dann muss ich das unter Optionen machen. Das muss ich über die Bestätigung des Eingepräches. Ich kann mich erfüllen, was nicht über mich oder wird. Also, da gehe ich mich nicht drauf verlassen. Das muss ich da ankommen. 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 Bei der Lesebestätigung, bekommt jetzt ein Fan ein Pop-up und der sagt, wirst du das bestätigen oder nicht? Das macht doch wirklich. Ja, natürlich kannst du. Also, erstens zu der Lesebestätigung und Abendübung und Bestätigung. Erstens einmal, ich finde die Übermittlungsbestätigung wesentlich sinnvoller, weil die zeigen mir an, dass mir wurde zugestellt im Posteingang. Das ist so ähnlich wie früher beim Fax, beim guten Alten, dieser Sendebericht, den man damals abgedruckt hat. In manchen Plänen ist das sinnvoll, dass man das einfach aufgebaut hat. Die Lesebestätigung ist, wie der Franz, so ich mir ja gemerkt hat, leider, ist es so, dass erstens einmal die Lesebestätigung im SMTP-Standard-Mais, bis es gibt, das korrektiert wird irgendwer, gar nicht vorgesehen. Das heißt, dafür gibt es keinen Standard. Das hat Outlook eingeführt und viele Mail-Clients, Fremde, halten sich an den Standard, den Outlook eingeführt hat. Das muss aber nicht so sein. Das Zweite ist, die meisten Mail-Clients haben es mittlerweile standmäßig abgeschalten. Das heißt, der User kriegt nicht einmal mein Pop-Up, sondern es ist überhaupt kein Unterdrück. Es gibt gar nichts geschrieben. Das heißt, die Lesebestätigung, ich muss ehrlich sagen, ich persönlich finde auch, also wenn ihr mir ein Mail mit Lesebestätigung schickt, ich kriege zwar das Mail, das Pop-Up, aber ich klicke üblicherweise auf Nein. Ich persönlich finde die Lesebestätigung eher unruflich. Das ist so ähnlich wie RSP-Brief, ich schicke auch nicht den Kollegen einfach standartmäßig ein RSP-Brief, oder? Oder sogar ein RSP-Brief, oder? Es geht ja auch darum, ob er nur oberst gewesen oder wann er aktiv zugegeben hat. Genau das finde ich mühlich. Ja, wir haben mich mühlich. Aber zweitmäßig. Da gibt es noch Fragen. Ja, Franz, bitte. Das ist eine Bestätigung, bin ich seiner Meinung. Darum habe ich erwähnt, die Sendebestätigung, weil die Sendebestätigung und den Vorteil, hätte ich mich vertippt und die Mailadresse gibt es gar nicht, dann kriege ich eine Rückmeldung, ob das Mail nicht weggegangen ist. Ja. Und das sehe ich selbst entdecken. Und zur Resebestätigung, wenn etwas sehr wichtig ist, dass Sie wissen, ob der das gekriegt hat, dann lasse ich mir einfach ein Mail, bitte geben eine Rückmeldung, Mail, was sagst du, dass wir es nicht beantworten. Ja, mach ich auch so. Mach ich auch so. Mach ich auch so. Was machst du auch so? Ja, um ein Dietweck. Ja, ebenso. Ja, aber nicht mit dem... Ja. Also... Ja, aber das muss ich auch zugeschreiben. Im Siedlung kann man das dazu schreiben. Das heißt, dass da nicht alles... Es könnte ja die andere Variante sein, wenn ich... Aber die gibt es ihm nicht. Lesebestätigung anfordern und der hat gar nicht gewollt, sondern in dem Moment das Auge kommt, die sind gefangen. Geht halt nicht. Die ist nicht, diese Variante, ne? Nein, die ist nicht vorhanden. Theoretisch, ja, aber sehr selten. Gut. Also, ich habe es erwähnt, es gibt die Übermittlungsbestätigung und die Lesebestätigung, ob man es verwendet oder nicht und ob es sinnvoll ist oder nicht, haben wir jetzt zur Genüge erörtert. Man kann bei einer E-Mail, die im POP3-Posteingang ist, eine relativ umfangreiche Erinnerung zur Nachverfolgung einrichten. Das ist etwas, was mir recht gut gefällt. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich gehe auf eine Mail drauf, das ist zum Beispiel jetzt hier Microsoft Outlook Testnachricht, rechte Maustaste zur Nachverfolgung, Erinnerung hinzufügen und wenn ich das gemacht habe, kann ich farbliche Kennzeichnung machen zur Nachverfolgung, das Fähnchen, je nach Datum, orange oder rot oder gelb oder so irgendwie und ich kann sagen, wann es fällig ist und eine Erinnerung am Dienstag, den 19. Jänner um 16 Uhr, da kriege ich das übliche Erinnerungsfenster von Outlook wie bei einem Termin auch. sonst kommen würde. Also das gefällt mir recht gut und deswegen habe ich es erwähnt. Kann ich mit dir keinen Termin setzen oder was? Ich habe nichts verstanden. Wer spricht mit mir? Kann ich einen Termin daraus generieren? Das hätte meines Erachtens keinen Sinn, weil wenn ich eine Erinnerung bekomme von der E-Mail her, dann ist das genauso gut, wenn mich der Termin erinnert. Es wird im Outlook angezeigt. Was wird? Also die markierten E-Mails, die einen Termin haben, werden im Kalender angezeigt. Ja, aber sie sind keine Termine. Nein. Hat auch gefragt. Wenn im Mail ein Termin drinnen steht, ja, so quasi wir treffen uns und so finden dort und dort, ja, dass man das gleiche als Kalender einfach übernimmt, ja. Was das iPhone ja kann zum Beispiel, ja, das iPhone ja kann. Interessanterweise, das Outlook für Mac kann das, aber das für Windows nicht. Beruhigend, gell? Dafür kann das Outlook für Mac viele andere Dinge nicht. Also mir ist es noch nie vorgekommen, weil ich immer in der Windows-Welt unterwegs war bis jetzt. In der Exchange Active Sync-Post-Eingang geht das nicht. Wenn man ein Exchange-Protokoll hat für einen Exchange-Server, geht das wieder. Nein, da kann ich nur sagen, Nachricht kennzeichnen, aber ich kann keine Erinnerung dranhängen. Was ist Erinnerung? Ich war selber verblüfft, weil man gedacht hat, es muss, geht, geht aber nicht. Es geht nur die Nachricht kennzeichnen, ich kann ein Fähnchen machen. Aber mehr geht schon nicht. Es gibt ja eben noch eine Frage dazu, es gibt ja bei den Kalendergruppen, Kalendergruppen. Kann ich das Mail auch noch sortieren, dass ich das noch gerade kategorisieren am besten. Man kann eine Kategorie bei einer Mail vergeben, das ist... Da ist oben die Scheibe. Warte mal, ich komme schon wieder zurück. Dann ist das Kind schon drauf. Einfach da rechts. Rechts neben den Regeln. Das Regeln ist grau, rechts daneben steht kategorisiert und da hast du dann, glaube ich, an die acht Kategorien zur Verfügung und farblich gekennzeichnet. Oder du tippst welche dazu. Du kannst das erweitern. Keine Frage noch, die Kategorien sind ja auch von Empfängern übermittelt. In der Firma oder zu Hause? Da geht es über einen Exchange-Server. Da kann es sein, dass das geht. Aber das ist... diese Kategorie in seiner Kategorienliste da auch drin. Ja, aber nachdem die Kategorienliste Farbe und Benennung lokal ist, hat das nicht sehr viel Sinn, das zu übertragen. Aber die Kategorienliste ist jetzt drin. Das heißt, da kann man füllen auch die Kategorien. Über den Text, über den Text, der bezeichnet. Ja, aber die wird nicht mit übermittelt. Ich glaube das nicht. Das habe ich schon geblüfft. Wann du... Nicht in jedem Fall. Das ist richtig. Also was jetzt? Es gibt Situationen, wo ich es noch nicht rausgefunden habe. Es gibt Situationen, wo das mit dabei ist und es gibt Situationen, wo es nicht mit dabei ist. Aber ich habe noch nicht rausgeforscht, mit welchem Protokoll was mit geht. Exchange-Server geht vermutlich geht das gar nicht. Nein, nein, aber ich kann mich nicht nicht mehr mit mit dem Protokoll. Ich kann mich nicht nicht mehr mit dem Protokoll. Ich kann mich nicht nicht mehr mit dem Protokoll. Ich habe die nicht verstanden, Entschuldige. Nein, nein, das ist ja dumm. Sind wir mit den Kategorien durch, oder? Ja. Gut, ich habe jetzt irgendwas verpfuscht. Das ist das gescheiteste, weil das geht auch mit dem Epson-Handy. So. Wir kommen zum nächsten Punkt, den man für den Posteingang verwendet oder verwenden kann. Das sind die Regeln. Es gibt Leute, die möchten gerne haben, dass von bestimmten Absendern die Mail direkt in bestimmte Folter verlagert und verschoben werden. und da gibt es ja so einen ganzen Regelmechanismus, den man benutzen kann. Man kann auch Mails automatisch löschen, wenn man das haben will. Also man muss, wenn man eine Regel haben will, muss man auf Regeln klicken und dann auf Regeln erstellen. Da ich die Outlook-Test-Nachricht, so seht ihr es besser, da ich die Outlook-Test-Nachricht selektiert hatte und dann auf Regeln erstellen gegangen bin, füllte das schon vor aus. Da steht das jetzt drinnen, die Mail kommt von Microsoft Outlook, der Betreff enthält Microsoft Outlook-Test-Nachricht, gesendet an CC-User und dann habe ich geschrieben, Element in Ordner verschieben, gelöschte Elemente. So habe ich selbst dann ausgefüllt. Wenn man diese Regeln dann aktiviert, dann kommt jedes Mal so eine Test-Nachricht daher und die wird gleich gelöscht. Man kann sich natürlich in andere Ordner verschieben. Wo ist mein Outlook? Ich schaue mir einmal an, um Regeln verwalten, ob ich da noch eine drin habe. Oh ja, genau, die Microsoft Outlook, die ist noch da. Da gibt es also jetzt eine ganze Menge Verschiebungsmöglichkeiten. Bitte, Möglichkeiten. Einmal die Bedingung zu wählen, um so eine Mail zu erwischen. Die ist mit Priorität markiert. Wenn wir einen Klick haben, gibt es sogar eine Kategorie. Natürlich unten die Kategorie sowieso zugeordnet. Also muss die Kategorie übertragen werden, sonst hätte das Ganze keinen Sinn. Ja, also normalerweise kriegt man so ein rotes Fandl. Das ist auch die höchste Priorität. Ja, aber die Priorität ist was anderes als die Kategorie. Wir haben gerade von Kategorien geredet. Bitte. Ein kleiner Praxistipp, für die, die in einer Firmenumgebung arbeiten. Man kriegt relativ viele Mails, die nicht wirklich eine Aktion von einem selber erfordern. So auf CC und so weiter. Regel, die du da schon im Bildschirm drin hast, die meinen Namen, natürlich immer drinnen, die meinen Namen im Feld an nicht enthält. Diese Mails, ich lösche sie nicht, aber die werden in einen Ordner geschoben, wo ich vielleicht einmal am Tag und nicht einmal in der Stunde reinschaue. Also das vielleicht ein kleiner Praxistipp, um seinen Posteingang und versauberer zu machen. Aha, ja, genau. Und wie kann man das negieren? Dann gibt es die, meine Namen im Feld an, also nicht enthält. Das ist ungefähr in der Mitte jetzt. Da gibt es ein Hackern oder nicht Hackern. Die sind ja mitten. Das ist überhaupt so geplant. Ach so, ja, genau. Da unten ist es nicht enthält. Also auch nach bestimmten Wörtern im Text, mit solchen Regeln, kann man natürlich auch Mails finden, die bestimmte Schlüsselworte enthalten, aufgrund derer man sagt, es ist Junk-Mail, also Spam. Das gehört dann zum nächsten Club-Abend dazu. Aber man kann Spam auch über Regeln erfassen. Da wirst du dir aber sehr einignieren müssen, dass der Mail automatisiert bearbeitet ist, da wirst du ein bisschen programmieren müssen. Das geht mit Ordnung vom Aufruf. Das Programm aufrufen. Oder meinst du das Programm aufrufen? Nein, das Programm aufrufen. Ja, da schreibt er bestimmte Worte rein, und wenn der Sequenz ausruft, dann ist das Programm aufrufen. Also ich habe das nicht verstanden, was du meinst. Nein, es gibt mehrere Wünsche. Das heißt, neben dieser Regel kannst du Eigenregel definieren, dass du sagst, wenn diese Regel zutrifft, ich nehme an, da werden die ganzen Auswahl, wie die Dämon umgehen können. Da rufen auf, ein bestimmtes Programm, welches Programm? Ein von mir geschriebenes Programm. Das ABC.exe, irgendeins. ABC irgendwas, der dann die Aufgabe hat, dieses Mail im Auto zu suchen, um mit dem Inhalt des Mails zum Beispiel zu analysieren, in der Datenform einzutreiben. Ja, aber genau, damit kannst du Automatismen betreiben, kannst du einen Roboter schreiben. Bitte? Da kannst du einen Robot schreiben, aber da wirst du ohne VPA nicht auskommen. Ja, das ist richtig. Das macht ja schon... Ich habe gesagt, für den Spezialisten. Ja, okay. Aber wir wollen ja mit dem da. Ja, ganz recht. Das ist die zweite Seite von unten, im Punkt 1. Ein Skript ausführen? Ja, genau. Genau der Punkt ist das. Gut. Also da gibt es die Aktionen, die man setzen kann. Dann gibt es noch Ausnahmen festlegen. Also da kann man sich also zur Genüge ausdoben da drinnen und ausprobieren, wie das geht. Ich wollte die Regel eigentlich nur erwähnen und herzeigen. Gehen wir mal zurück zum... Darf ich kommen zur Regel, aber noch eine Frage stellen? Ja. Es gibt keinbasierte und serverbasierte Regeln. Ja. Wie kann ich aus einer kleinbasierten Regel eine serverbasierte Regel für den User machen? Ich kenne keine serverbasierten Regeln wie den Outlook. Das geht über die... Ich kenne sie nicht. Ich habe gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, Formulare zu entwerfen. Das heißt, dass man das Mail nicht mit Plantext sich reinholt, sondern mit Formularen. Da gibt es in Zusammenhang mit der ECS sogar eigene Auswerteprogramme, wo man dann die Texte aus den Formularen in der Datenbank mit rein kann. Ich weiß jetzt noch nicht mehr sicher, in welcher Autopression das war. Wie hängt das, was du jetzt sagst, mit seiner Frage zusammen? Das ist auch nur am Exchange Server funktionierend. Das heißt, die Formulare muss ich publizieren, dass der Empfänger kriegt. Und das ist gewünscht, das geht nur über eine Geständung. So tief drinnen bin ich im Outlook nicht. Nur auch wieder für Spezialisten. Das wird man als Privatanwender praktisch nicht brauchen. Also ganz kurz dazu, ganz kurz dazu. Ich habe selber in den 90ern für das Verkehrsbüro Autoformulare entwickelt. Hab dazu auch Schulungskreppen sogar geschrieben zu dem Thema. Und ich würde es niemandem mehr raten, was zu machen. Erstens ist es nicht einfach und zweitens redet auch Microsoft, das ist eine sogenannte Technologie, die am Auslaufen ist. Ja, das ist richtig. Und in Zukunft wahrscheinlich nicht nur verschwitzt wird. Also zum Beispiel im Office 365, also wenn man in die Cloud mitgliedert, geht das gar nicht mehr. Da hat man sowieso ein Problem. Aber zu der Thematik mit den Regeln noch kurz. Also wie gesagt, das Ganze funktioniert nur mit Exchange-Content. Server-basierte Regeln, Klein-basierte gehen immer. Server-basierte, aber auch bei der server-basierten Regel kommt es auf die Kriterien an, die du festlegst. Das heißt, es gibt bestimmte Suchkriterien, vor allem was die Bedingungen betrifft, oder auch was Aktionen betrifft, die du nicht serverseitig machen kannst. Ein kleines, relativ einfaches und triviales Beispiel, das glaube ich, jeder versteht, ist, auch mit einem Exchange-Server, wenn ich sage, Mail mit bestimmten Kriterien von einem Absender, verschiebe in einem bestimmten Ordner und dieser Ordner ist ja eine PSD-Datei auf meinem lokalen PC, ist das relativ einleuchtend für die meisten, dass das nur kleinseitig funktionieren kann und nicht serverseitig. Und Umwarnung geht nicht. So triviale Dinge, wie wenn mich jemand da zumügt, ich schmeiße in den Mails-Kübel oder lösche es komplett, kann ich serverseitig nicht machen, das heißt, ich muss immer auf meinem PC Outlook laufen lassen, damit ich auf mein Handy nicht dauernd diese Mails kriege. Wobei solche Sachen, ich weiß nicht, was du für ein Mail-Konto verwendest, bei welchem Provider? Exchange-Mail. Bei Exchange-Mail müsste er serverseitig gehen. Das ist ja konkret, so meine Frage. Und ansonsten mal den Administrator fragen, aber auch zum Beispiel bei GMX oder bei Gmail und so weiter, kann man über das Web-Interface solche Regeln auch definieren, halt nicht aus dem Outlook heraus. Kann man das bei Exchange-Server selber definieren? Ja, geht auch. Kannst du, wenn du in der Outlook-Web-App freigeschaltet hast in der Firma, und das ist wirklich ein Exchange-Server, kannst du die Regeln auch über die Outlook-Web-App machen, und dann sind sie sicher serverseitig. Das heißt, was du über die Outlook-Web-App machst, ist auf jeden Fall serverseitig. Wir haben ein bisschen ein Problem, dass dieser Vortrag eigentlich die Exchange-Welt nicht wirklich beinhaltet. Das heißt, es ist relativ sinnlos, in einer Outlook-Installation, wo ich einen CC-User bei Gmx habe und einen georgi-at-gloob-computer.at auf unserem Mail-Inable-Server habe, über Exchange-Server serverseitige Regeln zu reden. Kann ich Provider die Exchange-Server anbieten? Oh ja. Ich habe davon gesprochen, was wir hier behandeln in dem Vortrag. Die Frage, ob es Server gibt, das ist hinfällig, die Frage zu stellen. Wir behandeln es hier nicht, weil wir behandeln unser Club-Computer-Konto und Gmx. Wir gehen im Wesentlichen davon aus, dass das Privatanwender sind. Ein Firmenseminar ist komplizierter. Dazu bin ich auch nicht gebildet genug, um das zu machen, aber wir haben den Roman da, der das genauer kennt. Daher kann man diese Sachen im Gespräch schon behandeln. Aber es gibt also keine Folien und keine entsprechenden Vorbereiterungen dazu. Wozu es sehr wohl eine Folie gibt und sogar rot eingerahmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bevor man auf Fertigstellen drückt, könnte man oder auch später einmal einfach nur durchgehen und bis zu dem Punkt diese Regel jetzt auf Nachrichten anwenden, die sich bereits im Posteingang, im Ordner-Posteingang befinden. Das heißt, wann ich eine Regel neu erstelle und ich habe meinen Posteingang voll mit einer Reihe von Mails, die ich durch die Regel erfassen möchte, dann brauche ich hier nur sagen, ich möchte die Regel anwenden auf dem Posteingang, drücke ich auf Fertigstellen und dann rauschen diese Mails meiner Regel entsprechend an den Ort, wohin sie eben verschoben werden sollen oder sie werden gelöscht, was hat jemand die Regel eben ausgesagt hat. Also das ist ein Punkt, wo man eine Regel ausprobieren kann, am besten, also ich habe es immer so gemacht, ich verschiebe die Regel, um eine Regel zu testen, ich verschiebe sie in einen zunächst leeren gelöschten Folder, schiebe sie über die Regel hinein, wenn sie drin gelandet sind, ist gut, wenn es nicht so gegangen ist, wie ich wollte, wenn nur ein Teil drin gewesen ist, habe ich sie wieder in den Posteingang zurück verschoben und die Regel so lange optimiert, bis genau das passiert ist, was ich wollte. Dann habe ich zwischen zwei Foldern hin und her geschoben und da ich sie auch zurückschieben konnte, das geht bei einem Pop3-Konto, ist das einfach möglich gewesen. Regeln, ich bin mir nicht sicher, ob Regel Testen in der Form bei einem IMAP-Konto gehen würde, weil ich glaube, das Verschieben in den Posteingang eines IMAP-Kontos ist untersagt. Nein, das geht. Das geht? Nur von einem anderen Konto. Bitte? Nur von einem anderen Konto. Innerhalb des gleichen Kontos geht es. Innerhalb des gleichen Kontos geht es. Bei Auslook kann es sogar Konto übergreifen. Bei IMAP ja, aber bei EGF nicht. EGF nicht. Gut, also, das war das. Was ich vorhin gemacht habe, war den Punkt Regeln und Benachrichtigungen verwalten. Das habe ich aufgerufen, um unsere Outlook-Regel zu sehen. Also damit kann man vorhandene Konten sich genauer anschauen. Und wenn man mehrere Regeln hat, stehen halt dann mehrere untereinander. Momentan sieht man also hier auf der rechten Seite nur das Microsoft Outlook als Regeln, weil das die einzige ist, die ich erfasst habe. Wenn ich sage, neue Regeln anlegen, dann fängt der ganze Prozess an, den wir vorher in den Folien gesehen haben. Und wenn man das Hackern vergessen hat, darfst du nochmal zurück, wenn man das Hackern vergessen hat, was du so empfohlen hast. Ja, richtigerweise gibt es oben auch noch den Knopf Regeln jetzt anwenden, wo man es nachträglich machen kann. Wo gibt es den Knopf Regeln? Zwischen den beiden roten Fällen. Zwischen den beiden roten. Regeln in der Angezeiten oder in der Ange... Da, da, jetzt. Du bist drüber. Jetzt. Ja, Regeln heißt Anwendung 16 habe ich gar nicht gesehen. Super praktisch. Der ist super praktisch, genau. Ich habe es nur gekannt über das Hackerl. Noch eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt eine Regel habe, ich habe ein riesiges Regelwerk in meinem Tisch, gibt es die Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu exportieren, damit ich, wenn ich den PC wechsle, das in einem neuen PC wieder importieren kann? Ist mir nichts bekannt. Ja. Geht das? Oh ja, das geht. Ich glaube, es geht über die Optionen. Irgendwo ist da ein Knopf drinnen, in dem Prägen und Benachrichtigen muss schauen, aber ich glaube, da kann man irgendwo das exportieren, ja. Ich gehe da aufschauen. Ich gehe zu den Regeln und der Regel verwalten. Ja, ich glaube, das gibt es die Möglichkeit, ja. Und entweder es versteckt sich irgendwo, es ist bei Ihnen in den Regeln schon. Ich schaue mal auf Regeln ändern vielleicht, ja. Ob es da nicht was gibt, ist das okay. Und kopieren, kopierst die Regel, ob es nicht bei den Optionen irgendwo versteckt ist. Ich sehe aber keine Optionen. Dann geh mal raus aus dem Menü. Und da sind es Optionen. Regeln anbieten. Regeln exportieren, genau. Da gibt es Regeln exportieren. Ja, und importieren. Ist ein typischer Hänger. Gut, sehr schön. Man lernt dazu. Das war jetzt. Danke. Verwendest du so viel Regeln? Ja, ja. Wie viel raus? Ich lasse mir das ab. Jetzt habe ich null. Eben. Ja. So, wir gehen weiter. Der Regelassistent, den gibt es auch noch. So. Es gibt einen Knopf, der heißt Offline arbeiten. Hallo. Und da holt es euch bitte nachher. Es gibt einen Knopf, der heißt Offline arbeiten. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, weil ich eigentlich immer in einem Firmenumfeld mit Outlook gearbeitet habe und zu Hause. Zu Hause hänge ich dauernd am Internet. Und in der Firma hänge ich dauernd am Laden. Was mir also eigentlich wurscht, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, Offline arbeiten zu klicken. Das hat aber schon einen Sinn. Weil wenn ich beispielsweise in einer Gegend bin, wo ich über mein Handy ein WLAN erzeuge, dann lasse ich mich mit dem Rechner kople und ich editiere jetzt längere Zeit ein E-Mail und habe zu arbeiten mit den Mails, die schon auf meinen Client sind. Dann kann ich damit unterbinden, dass Outlook sich im Internet gut tut und austobt. Und das sparen wir also auf die Weise auch Kosten. Bitte. Kleiner Tipp, ab Windows 8 oder 8.1 kann man WLANs als sogenannte getaktete Verbindung markieren. Wenn man das macht, ist es nicht nur auf das Outlook hat das Auswirkungen, sondern auch auf viele andere Apps, unter anderem das Outlook auch, weil das ein Thema ist. Bei solchen getakteten Verbindungen lädt das, wenn ihr die erkennt, lädt das Outlook standardmäßig keine Mails mehr runter. Also geht standardmäßig in den Offline-Modus. Gibt es aber dann einen Knopf, ja, sagt einem das auch, ja, und es gibt ja einen Knopf, dass da viele Post-Mail-Mails bekommen, ja, aber man muss es halt handisch dann machen, ja, aber einen wirklichen Tipp, ja, solche guten Hotspots und so weiter einsetzt oder beim Handy und so weiter, wenn man einmal mit diesem WLAN drauf ist, ja, ab Windows 8 oder 8.1 geht das, bei Windows 10 auch, dass man sagt, das ist eine getaktete Verbindung, das geht gleich mit rechts, geht auf das WLAN drauf, ja, und das vermeidet auch ganz unnötige Datentransfers. Ja, die, also das Club-Computer-WLAN ist halt schon das Beispiel Kaffee. Den Hinweis, deswegen habe ich es dazu getan, den Hinweis, wie man den, warum man denn den Offline-Knopf verwenden könnte oder wollte, danke, also den Hinweis, den habe ich in der Hilfe gefunden, weil ich zuerst noch nicht gedacht habe, was es für einen Sinn haben möchte. So, es gibt die Archivierung, die Archivierung werden wir nur kurz behandeln, es hat geheißen, man soll sie nicht verwenden. Also, sie sind in den Folien drinnen, ihr könnt es euch anschauen, man kann es für jeden Folder, für jeden Folder getrennt, einstellen, die Automatische Archivierung oder eins für alle. Ich gebe ganz kurz noch ein Hinweis zur Regierung, wie man es natürlich schon verwenden könnte ist, ich weiß, dass der Pauli Mechsen, der sich oft, er legt sich ein Jahres-PSD an und hängt jedes Jahr ein neues ein und dann besteht es natürlich auch nie riesig groß und irgendwie archiviert er das dann auf andere Datenträger hinaus, das führt zu den Kosten und dann kann er nach zehn Jahren nachschauen, wenn er in der Suche was hat. Also, solche Dinge könnte man schon verwenden. Also, ich gehöre, was E-Mails betrifft, zu den Jägern und Sammlern und habe daher eine Autoarchivierungsfunktion eingeschaltet, die von einem Jahresarchiv weg in ein großes Archiv verschiebt und ich schaue mir an, wie oft ich in das große Archiv hineinschauen muss, um was zu finden und wenn ich draufkomme, dass das eigentlich eh praktisch nie ist, das heißt, ich komme mit einem Archiv, das ein Jahr alt ist oder sechs Monate alt ist in der Regel aus und alles, was älter ist, ist eh wurscht, dann geht eben die PSD, der Teil flöten, ist es auch wurscht. Aber was die Jagen und Sammeln, Sammeln heißt, man traut sich nicht gleichläufen. Ich kann drei Jahre nachschauen, wenn man ihn nicht passen hat. Ja, dann, Herbert, wirst du dir Jahresarchive anlegen. Das muss auch jeder für sich entscheiden. So. Wenn ich auf ein Mail draufkicke und sage, Control C, ein Kleder von Mail, und irgendwo ins Dateisystem Control V, dann kriege ich so eine E-Mail-Datei oder irgendwas raus. Eine MSG-Datei. Eine MSG-Datei, müsste das sein. Eine MSG-Datei raus. Wo nur diese eine Mail drin ist. Ja. Kann ich eine komplette PSD-Datei in lauter MSG-Files-Behandlung? Nein. Ja? Wie? Wo? Ja, ich ziehe es. Kann ich einfach rausziehen. Also wenn ich es alle in einem Ordner habe, ist es relativ einfach Control A, Chuck mit der Maus nehmen und in den anderen Ordner reinziehen. Ja, ja. Und das Dateisystem. Geht mit Drag & Drop. Und dann sind es einzelne Messages, aber sind die dann verschlüsselte, also komprimierte MSGs, oder im Klartext? Das ist normale MSGs. Wo man also die einzelnen, den Header kleden kann und alles. Nein, wusste ich nicht. So, was ist zum Thema Mail noch an Fragen offen? Weil sonst gehen wir nämlich zu den Profilen. Profile sind etwas, was man aber an der Franz das Wort hätte, würde er sagen, man braucht es recht häufig. Was du mich fragst, ich habe es nicht so häufig gebraucht, ich brauche es immer da, wenn ein Profil eingeht. Genau. Das ist richtig. Und das finde ich absolut das Letzte, dass Profile total binär kodiert in der Registry liegen, wo du überhaupt nicht weißt, was was bedeutet. Und man kann sie zwar exportieren, aber das nützt einem auch nichts, wenn man es wieder importiert, weil du nicht weißt, was sich verändert hat in der Zwischenzeit. Also das sind geheime Daten von Outlook, dieses Profil. Und man kann auch nicht viel damit anfangen. Außer, man geht einmal, um zu den Profilen zu kommen, muss man einmal in der Systemsteuerung Mail, Microsoft, Outlook, ich habe 2016. Also wenn man das Stichwort Mail eingibt oder Outlook eingibt, kommt man auf einen etwa so lautenden Link und wenn man auf den draufklickt, kriegt man dieses linke, kriegt man dieses Formular. Und jetzt kann man, ohne dass Outlook selbst gestartet wird, die E-Mail-Konten verwalten, Datendateien ein- und aushängen, löschen, etc. bla bla und neue Profile erstellen, alte löschen, Profile anzeigen und da ich E-Mail-Konten ist ein Thema, mit dem wir uns gleich beschäftigen, haben wir uns schon beschäftigt, eigentlich im Grunde. Aber wir schauen uns die dazugehörigen Datendateien dann noch an. Das tun wir. Also deswegen gehe ich nur auf Profile anzeigen und ausschauen. Ich habe hier, wie man sieht, genau zwei Profile. Eines heißt Outlook, das funktioniert schön und Test ist eines zum Herumprobieren gewesen. Und wenn man da auf Eigenschaften geht, da kann man erst wieder, das sieht man wieder nicht, E-Mail-Konten und Datendateien von diesem Profil konkret behandeln. Normalerweise, also wenn man, wenn das schon Normal-User ist, der genau ein Profil braucht, weil er nur seine ein oder zwei E-Mail-Adressen hat, die er abfragt, dann ist er mit Profilen überhaupt nicht konfrontiert, weil es gibt nur ein Profil, kann ich also auch keins auswählen und anlegen, brauche ich auch keins, nur wenn Outlook irgendwann einmal abstürzt, noch bevor ich meine Mails lesen kann oder sonst was passiert, dann ist meistens das Profil kaputt gegangen und dann hat es einen Sinn, ein Neues anzulegen über die Funktion in der Systemsteuerung. Ich möchte hier über Profile nicht mehr erzählen, weil eigentlich ist... Ich habe noch ganz kurz einen Anwendungsfall für mehrere Profile kurz... Ja, natürlich gibt es sowas. Wenn man sehr leistungsschwachen Computer hat und man hat viele Mail-Konten im Outlook eingehängt, dann dauert der Outlook-Start relativ lang, also vor allem wenn man diese Netbooks, diese älteren hat und so weiter, dauert der Outlook-Start relativ schwach. Das heißt, wenn man das Netbook zum Beispiel in der Firma verwendet und privat und man sagt, in der Firma interessiert mich der privaten Mainz eh nicht und umgekehrt, dann kann das Sinn machen, die verschiedenen Konten auf verschiedene Profile aufzutrennen und damit das zu entlasten. Wenn man halbwegs schnellen und aktuellen Computer hat, ist das nicht unbedingt nötig. Wir haben vergeblich danach gesucht. Wir haben vergeblich keine Möglichkeit. Es wäre ja insbesondere so, wenn man ein Profil exportieren kann, würde das bedeuten, dass die Informationen, die dort liegen, wo der Franz gesagt hat, es gibt Dateien im Dateisystem, PST, OSD, NST und wie die alle heißen. Ja? Ja. Dort gibt es auch XML-Dateien liegen auch in einem Pfad, die gehören auch zum Profil dazu und in der Registry liegen sie unter Profiles. Und dann würde bedeuten, dass diese Information exportiert werden würde, dann würde man die ja auch im Klartext kodieren müssen, weil sonst hat er, nicht müssen, aber wäre vielleicht ganz geschickt, weil sonst wäre der Import und der Export nicht gar so blind und man könnte unter Umständen an einem Profil etwas reparieren. Das wäre vielleicht gescheit gewesen, hat man aber nicht gemacht. Man kann es auch verkaufen. So, wir haben noch einen Punkt, den machen wir noch schnell, das sind Datendateien. Wir haben uns mit Datendateien schon beschäftigt. Wenn man nachschauen geht, wieder unter Datei, dann kriegt man dieses Bildchen hier und Kontoeinstellungen, Kontoeinstellungen, dann kommt man hier auf der rechten Seite, sieht man es, sieht man auf der linken Seite eine lasche E-Mail, dann kommen Datendateien. Dann gibt es noch viel mehrere unter den Kontoeinstellungen, RSS-Feeds, SharePoint-Listen, Internet-Kalender, veröffentlichte Kalender, Adressbücher etc. Wir beschäftigen uns hier jetzt nur mit den Datendateien, mit RSS-Feeds habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt, zum Beispiel. Warum sagst du das so? Weil es eh nicht mehr notwendig ist. Weil es eh für nichts gut ist, oder wie? Es immer weniger gibt davon. Also für diese drei Dinge, die es in dieser Outlook-Installation gibt, nämlich das Konto cc-user-gmx.at und das georgi-club-computer.at und einen Internet-Kalender, den wir uns das nächste Mal besprechen werden, für diese drei Dinge gibt es genau drei Dateien. Der cc-user, ein POP-Konto, wird abgelegt in einer gmx.at pst, also in einer pst-Datei. Georgi-Club-Computer, der mit Exchange Active synchronisiert wird, hat seine Daten alle am Server liegen und lokal nur ein Cache in einer ost-Datei. Und den Internet-Kalender, der ist leider so lang, dass man die Endung von der Datei nicht lesen kann, ist aber pst, wenn ich mich nicht ehre. Funktioniert aber fast wie ein ost-Datei. Funktioniert aber technisch wie ein ost-Datei. Ist verwirrend, das ist gar nicht. Gut. Man kann zu diesen von diesen Datendateien zum Beispiel eine Archivdatei oder ähnliches hinzufügen und sobald man sie hier hinzugefügt hat, scheint diese Datei im Outlook links in dem Baum als weitere Datei auf. Man kann sie aber auch dort laden. Es gibt auch direkt im Outlook die Möglichkeit, Datendateien zu laden. Datendateien ist ein tolles Wort. Ich wundere mich jedes Mal, wie man sowas so übersetzen kann. Aber man muss wohl. Gut, so viel zu Datendateien. Es gibt noch etwas, was man dazu sagen muss. Wo liegen sie? Ich habe es nochmal nachgeschaut. Unter dem lokalen Profil, ich kann es jetzt nicht aufmachen, aber unter C, Users, Georgie, Dokumente, Outlook-Dateien, liegen die beiden PSD-Dateien, die Gmxat-PSD und eine andere, die zum Testprofil gehört. Das interessiert uns jetzt hier nicht. Es gibt unter AppData, Local, Microsoft Outlook, liegen OSD-Dateien. Nein, es ist doch eine OSD. Nein, es ist ein PSD, der Internetabonnement. Internetkalenderabonnement. Das ist nochmal schlecht übersetzt, wenn man original schauen muss. Das nur zur Information, wenn jemand was sucht, kann er es sich anschauen. Wenn eine PSD-Datei den Geist aufgibt, was auch wieder von Zeit zu Zeit passiert, dann gibt es ein Programm, das wird mit Outlook gleich mit installiert. heißt ScanPSD.exe. Sicherheitshalber gibt es dafür keinen Link auf dem Desktop, auch nicht im Startmenü, nirgends ist es drinnen. Man muss es suchen gehen. Am besten, man sucht unter Programme x86 nach ScanPSD.exe oder nur ScanPSD und dann findet man sie schon. Also das ist keine Sorge. Und wenn man dieses Ding startet, dann wird man gebeten, mit dem Durchsuchen-Knopf oder händisch den Namen der zu prüfenden Datei anzugeben. Ich habe dann das ccusergmxatpsd genommen und habe außerdem in den Optionen eingestellt, eine Protokolldatei erstellen oder überschreiben, was eine alte gibt. Dann habe ich das Tool gestartet und dann sagt das Ding doch glatt, in dieser Datei wurden nur unbedeutende Inkonsistenzen gefunden, die nicht unbedingt behoben werden müssen. Klicken Sie zum Beheben auf Reparieren. Dazu muss man sagen, dass das Outlook mitsamt seiner Installation keine zwei Stunden alt war und alle Inkonsistenzen, die da drinnen sahen, Outlook selbst verursacht hat. Wo haben wir es repariert, hat man auch noch einen Durchsuchen mehr wie vorher. Oder weniger. Das kann schon passieren. Also dieses Scan-PSD ist... Deswegen gibt es da die Sicherungskopie-Anleger und das will ich dringend empfehlen. Ja, das Haken bei Sicherungskopie ist wichtig. Also man sieht, zuerst scannt einmal die Datei und checkt, ob es Inkonsistenzen gibt und wenn sie nur unbedeutend sind, würde ich gleich gar nicht reparieren. Dann kommt Outlook mit dem Ding zurecht und ein anderer als Outlook braucht die PSD-Datei eh nicht angreifen. Und wenn man auf Reparieren klickt, unbedingt mit Sicherungskopie arbeiten. Da kommt ein... Da kommt ein... Bitte wie? Ja, ich habe es funktioniert. Ja, okay. Ich habe mir im Log-File angeschaut, so ein bisschen, was denn da alles passiert. Da ist er attempting eine ganze Reihe Dinge. Versucht also die Datenbank zu öffnen und weiter unten, das kann ich euch leider nicht groß zeigen, steht dann dort Failed to add row to FLT. Row ID ist 0. Ich weiß nicht, worum er das will. Er hat es nicht zusammengebracht. Und Verwitwete und... Was ist Orphan? Das sind die Weisenkinder. Die Verwaisten. Folders gibt es und ich weiß nicht, was alles... Lauter Sachen, die einfach so ausschauen, als hätten die Leute, die daran programmiert haben, sie nicht an die Standards gehalten, die in einem Projekt möglicherweise nicht gut genug... Hops. Ja, also wie auch... Wie auch immer, es ist sehr seltsam. Ich habe auch das Test-OSD mit dem Scan-PSD behandelt. Das Ding ist so freundlich und es kennt auch die OSD-Datei. Die OSD-Datei hat gar noch viel mehr Fehler produziert. Obwohl ich es nur einmal... viel weniger damit getan habe, als mit den anderen PSD-Datei. Couldn't find BBT-Entry in RBT. Das ist ganz häufig. Ich habe gerade Daten-Datei. Wo waren wir da gerade? Ja, eh. Scan-PSD. Ich glaube, das war eh schon das Ende. Ja. So, wir haben den fahleren Teil unseres heutigen Vortrags Aufgelockert durch viele Zwischenfragen. Haben wir gut über die Runden gebracht. Da gibt es noch Fragen, wie ich sehe. Ja, ich hätte noch eine. Und zwar, kann man eine OSD-Datei, eine PSD-Datei, Warnung, wenn du wegstehst, kann man nicht mehr leben. Es gibt so etwas, mit dem man das kann, findet man im Internet. Ist aber auch gar nicht so dringend nötig. Es geht relativ einfach mit Bordmitteln. Wenn du offline bist, das haben wir sogar mal bei einem Kunden machen müssen, leider Gottes, der ist offline, dann öffnet das Outlook im Offline-Modus, du hast die OSD-Date, du siehst deine Mails. Und wenn du dann einfach, es gibt sogar im Outlook selber eine Exportfunktion, das ist über Datei, lustigerweise importieren, musst du wählen, um zu exportieren, das ist ja völlig logisch. Datei importieren, und da gibt es eine Möglichkeit, gleich den ganzen, also wählst du ganz oben den Hut, also die Wurzel deines Posteingangs aus und sagst, und damit kannst du alles in eine PSD-Datei exportieren. Also direkte Umwandlung nicht, aber das ist eh nicht so gut, sondern es wird eine Kopie angelegt in eine PSD-Datei. Achtung, es geht gleich, ich weiß nicht, ob da gleich alles dabei ist oder ob du das für Kalender und Kontakte separat machen musst, das bin ich mir jetzt nicht sicher. Also kleine Geschichte dazu, Anwendungsfall war, Kunde hat einen Exchange-Server gehabt und hat sich nicht um kaputte Festplatten und so weiter geschert, weil die Hauptadministratorin war gerade auf Urlaub und bis du wieder zurück bist, werden die Festplatten schon halten, so ungefähr. Und Backup hat blöderweise auch nicht funktioniert. Es war Gesundheitsdienstleister, also nicht gerade so unwichtig. Und eines Morgens ist der Exchange-Server nicht mehr gegangen und dann haben wir troubleshooten müssen und de facto das Einzige, was wir machen konnten, sind die ganzen Mailbox-Datenbanken löschen. Schlicht und ergreifend löschen. Das Problem ist, es sind natürlich alle Mailzeichen. Es war keine Reparatur mehr möglich, die waren komplett kaputt und Reparatur war nicht mehr möglich und dann sind wir wirklich hergegangen, es haben absichtlich den Exchange-Server offline geschaltet, es haben alle zum Glück oder die allermeisten haben OSD-Dateien gehabt und wir haben die alle exportiert in PSD-Dateien, genauso wie ich es jetzt gesagt habe. Ja, dann haben wir den Exchange-Server online geschaltet, alle hatten wunderbar aufgeräumte Postfächer. Blitzblank, also so wurde mit Blitzer gehandelt. Und dann haben wir alles wieder rückimportiert. Wobei, lustigerweise hat sich dann erwiesen, die blitzblanken Postfächer waren einigen nicht ganz unrecht. Es haben jedenfalls ein erheblicher Teil von den Usern hat die PSD-Datei quasi nur so als Archiv auf der Festplatte behalten und hat das absichtlich nicht zurückgespielt. Noch eine Frage. Wenn ich ein Auto mit einem Exchange-Server verbunden habe, gibt es die Möglichkeit vom Client her eine automatische PSD-Sicherung zu machen, mit dem der Bausch jetzt geht oder so? Ja, also bist du der Administrator? Ja. Du bist der Administrator, gut, okay. Also eine automatische Sicherung geht nicht, aber du kannst, George, kannst du nochmals die Folie mit den Datendateien herzeigen. Ja, und ein bisschen weiter, das, stopp, stopp, nochmals zurück, zurück, ich glaube die zweite Folie war es gleich. Nochmals zurück, genau, da. Und zwar, es gibt eine als Standard festlegen, eine Datendatei. Ja, das ist jetzt keine Sicherung, ich weiß nicht, ob das das ist, was du willst, ja, wenn du eine, wenn du trotz Exchange-Server, kannst du eine PSD-Datei als Standard anlegen, ja, und das bedeutet, dass sämtliche Mails, die du bekommst, automatisch in die PSD-Datei geschrieben werden, ja, und vom Server gelöscht werden allerdings dann. Ja, aber automatische Sicherung. Das Problem ist, wir haben einen Kunden, wo ständig irrtumig irgendwelche Mails verschwinden und er weiß nie und das ist immer die Technikschuld. Okay. Ich darf gern so zweimal am Tag ab und ab und ab, jetzt geht es hier mit dem Exchange-Server aus Gipfel. Wir haben es mit Wien eingestellt, wir haben es nicht erwischt, das heißt, wir sind wirklich im Betrieb des Eins öfter. Im Dumpster hast du schon geschaut, im sogenannten vom Outlook? Na, was ist das? Also es gibt die Möglichkeit am Exchange-Server und das ist bei den aktuellen Versionen auch standardmäßig so, ja, einzustellen, so ein Mail löscht und aus den gelöschten Objekten entfernt, dass es dann noch eine gewisse Frist auch bewahrt wird, ja. Das sind üblicherweise 14 bis 30 Tage, ja, ist eingestellt, manche Firmen stellen auch drei Jahre ein, ja, ist auch egal und dann kannst du im Outlook über gelöschte Elemente wiederherstellen und die Mails schauen, ob dort was drinnen ist. Im Outlook gibt es einen Punkt, gelöschte Elemente wiederherstellen, bei den aktuellen Versionen hast du das bei jedem Ordner drinnen, oben im Blieben, ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Früher musste man ein Registry-Key setzen, dass das erschienen ist, aber mittlerweile geht das in jedem Ordner. Es gab, glaube ich, noch eine Möglichkeit, aber die ist viel primitiver, wenn das ein User ist, der also häufig die Delete-Taste drückt und sagt, er weiß nicht, das kann man aber nicht schiften, macht ja nichts. Man kann dem ja auch ein Regelwerk einbinden, wo du alles, was in den Posteingang kommt, in eine PSD-Datei exportierst. Wenn er besonders wiff ist, kümmert er sich um die PSD nicht, aber du findest alle... Naja, es gibt ein Kopieren, glaube ich. Ja, eine Kopierregel. Eine Kopierregel, das wäre die Lösung, ja. Das wäre eine Möglichkeit, denke ich. Schau dir das einmal an unter dem Regelwerk, ob man nicht mit Kopieren über die Runde kommt. Geschäftsführer sind natürlich besonders gefährdet. Das Problem, das du halt hast, ist, wenn du das am Handy löscht, dann funktioniert das nicht. Wenn das Auto nicht am PC laufen hat, dann haben wir wieder das Problem mit den kleinzeitigen Regeln. Bist du da her über den Server oder nicht? Ja, wenn du da her bist, dann kannst du nicht gleich von vorne rein, du bekommst, wo ist es? Das ist ja kein Problem. Aber wenn du sagst, es geht an den XY, dann geht es gleichzeitig auch an den XYZ. Und dann fertig. Und dort geht es halt immer eine als PK. ganz böse ist... Man kann es dann nicht beweisen, dass es gleich stattdessen ist. Nein, aber dann kannst du beweisen, dass es gekriegt hat. Das kann ich auch beweisen. Dann hat er es wohl gelöscht. Weil er nicht mehr ist und es ist dort gewöhnt, dann war alles da. Gut. Oder? Wobei man natürlich jetzt immer noch über Schwelligen als Katze reden könnte. Okay. Kann ein Will da sein und gleichzeitig nicht da sein. Haben wir... Haben wir noch Fragen? Weil wir haben mittlerweile wieder das obligate Limit von zwei Stunden überschritten. An sich haben wir vorgehabt, in einer Stunde durch zu sein. Aber ich muss sagen, eine Dreiviertelstunde war ein Gespräch. Ja. Aber wir haben sich gut unterhalten. Ja, eh. Ich war hier auf Ostdeutsch, der ich mag. Gut, dann sind wir heute fertig. Der rechte Teil in dem Büdel, was man jetzt da sieht, der kommt dann das nächste Mal dran. Die Teile Aufgaben und Kontakte wird der Roman machen. Das heißt, der wird dann nicht so als Zuhörer mit Mikrofon ausgerüstet werden, sondern er kriegt es überhaupt gay. Vielen Dank.